Heute wird alles kurz und knackig, deswegen willkommen bei Kino Plus. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute in einem absoluten Kurzformat, denn wie ich ja bereits letzte Woche schon erklärt habe, befinde ich mich eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt schon, also wenn ihr das seht, im Urlaub. Und diese Folge haben wir aber trotzdem noch schnell kurz vorher aufgezeichnet, denn ich glaube, am ersten Tag meines Urlaubs startet nämlich Joker 2 in den deutschen Kinos. Und noch ein anderer fantastischer Animationsfilm namens Der wilde Roboter. Und dann gibt es noch einen Animationsfilm in der nächsten Woche, auf den möchte ich hinweisen, weil da kommt nämlich auch keine reguläre Folge Kino Plus, sondern ein Spezial mit Hennis Bender und Thilo Gose-Johann über unterschätzte Sequels. Aber das erkläre ich alles in der letzten Folge, deswegen sage ich erstmal Hallo an meine heutigen Gäste. Anne, Timo und Johanna Schlogger, Entschuldigung, haben sich heute hier mit mir kurz nochmal zusammengefunden, denn wir haben heute gerade frisch Joker, wie sagt man es jetzt? Folie a deux. Folie a deux. Folie. Folie. Folie a deux. Folie a deux haben wir heute frisch vor, ich glaube, drei oder vier Stunden gesehen und über den wollen wir auf jeden Fall einmal reden, damit ihr auch von uns einen Eindruck erhaltet. Und gleichzeitig wollen wir auch über den anderen Film reden, der heute startet, weil der großartig ist. Und weil das alles, ja, kurz und knackig sein soll heute, geht es gar nicht groß um andere Themen. Also es geht nur um diese drei Filme, über die wir, also es geht um drei Filme, über die wir heute reden wollen. Und ja, ich muss noch einmal kurz sagen, ich weiß, Maggie Smith, John Ashton und Chris Christopherson und Peter Zwergert, wie ich heute auch noch erfahren habe. Peter Zwergert auch geschaut. Was? Ja. Sind jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit von uns gegangen. Wir werden, das ist jetzt wieder so eine Menge auf einmal, dass wir gesagt haben, wir werden mal, glaube ich, gegen Ende des Jahres noch ein Spezial machen über alle Menschen, die in diesem Jahr irgendwie von uns gegangen sind. Und dann so, was unsere Lieblingsfilme von denjenigen waren. Also da werden wir uns irgendwie so einen großen Pott irgendwie zusammenstellen mit den Leuten, die leider, ja, jetzt nicht mehr unter uns weilen. So, das zum einen. Also wir haben das schon registriert. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, mögen sie in Frieden ruhen. Gerade John Ashton jetzt noch mal vor kurzem in Beverly Hills Cop 4 wahrgenommen und wirklich jetzt kurz danach traurig. Chris Christopherson, Country-Legende, Schauspiel-Legende, großartige Filme gemacht. Bringt mir den Kopf von Alfredo Garcia, unbedingt mal anschauen. Und wenn ihr Blade schon zigmal gesehen habt. Und ja, Maggie Smith, muss man ja auch nichts mehr zu sagen, oder? Ja. Professor McGonagall. Zur Not, wenn man. Also, wenn man sie vorher noch nicht gesehen hat, aber ja, Leiche zum Dessert zum Beispiel war sie auch mit dabei. Ja, das ist so ein geilen Humor. Ja. Und ich habe jetzt so tausende Videos natürlich gesehen, wie man das halt immer so, kommt ja immer so eine Flut im Internet danach. Und die besten sind wirklich auch die, wo Ian McKellen sie impressioniert quasi in den verschiedenen Talkshows, als sie halt irgendwie Situationen vom Oscar und so nacherzählt und so. Also das klingt alles immer total faszinierend. Also die scheint eine richtig faszinierende Frau gewesen zu sein. Ja, und hat wirklich schauspielerisch echt einige Fußabdrücke hinterlassen. Und ja, natürlich, durch Harry Potter wahrscheinlich für viele undenkbar mit der Kindheit oder in einem bestimmten Abschnitt des Lebens verbunden. Dementsprechend mögen sie alle in Frieden ruhen. So. Wollen wir direkt über die Filme reden? Ja? Ich weiß, was ihr alle zuletzt gesehen habt. Also wirklich den allerletzten Film. Ja gut, ja. In dem Sinne ja schon. Ja. Deswegen, das skippen wir heute mal eben zugunsten davon, dass wir wirklich möglichst viel Zeit für eben die anderen Filme haben. Vor allem eben für Joker 2, weil das ja nun mal der größte Filmstart und wahrscheinlich der meist erwartetste Filmstart diese Woche sein wird. Aber vorher möchte ich auf einen Film hinweisen, der startet nächste Woche. Er heißt Transformers 1. Und ich hatte wirklich, ey, mir war der Film eigentlich völlig Wumpe. Mir war der echt egal. Also Transformers, ich bin ein ganz großer Fan der Zeichentrickserie. Ich bin mit der G1, sagt man so schön, aufgewachsen mit der ersten Zeichentrickserie. Und deswegen, die haben bei mir einen riesengroßen Platz im Herzen. Deswegen war ich auch vom ersten Transformers immer noch so ein bisschen begeistert und ein bisschen milde gestimmt. Alles danach wurde wirklich mit Füßen getreten, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und naja, dann kam Bumblebee, da dachte ich, oh, jetzt geht's mal wieder in die richtige Richtung. Das fand ich echt einen charmanten Film. Aber mit hier Rise of the Beasts oder wie er hieß, oder Beast Wars, ist die Hoffnung auch wieder begraben worden. Und einzig allein durch dieses Crossover, was angekündigt worden ist, zwischen Transformers und G.I. Joe, hat so ein bisschen Lust gemacht auf Trash, auf Hochglanz-Trash. Jetzt kommt Transformers 1, der erste animierte, computeranimierte Film, so richtig. Und ich hab mir gedacht, ja, komm, guckst du dir mal an. Es wird wahrscheinlich so ein typisches, weiß ich nicht, Samstagmorgen-Kinderspektakel werden, so. Hab dann auch meinen Sohn mit zur Presseverfügung nehmen dürfen. Und ja, hier geht's quasi um die Vorgeschichte der bisherigen Transformers-Geschichte. Wir erleben quasi Cybertron zu einer Zeit, als es noch zwei verschiedene Sorten von Transformers gab. Nämlich die, die sich transformieren können. Und eben die, die sich nicht transformieren können. Und die eigentlich nur so Zuarbeiterer sind für die, die sich eben transformieren können. Und zu diesen zählen dann hier diese, oh, ich hab die Namen vergessen, D16 und ob, wie heißt der? Äh, Orion Pax. Orion Pax. Orion Pax und D16 sind halt nicht Transformierende und Arbeiter und müssen halt irgendwie da ihr Dasein fristen, träumen aber von Größerem und wollen dementsprechend bei so einem Wettrennen teilnehmen, ähm, als eben nicht Transformierbare. und, ja, schaffen's da so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, weshalb sie in die Gunst des Anführers geraten und dadurch in eine Falle. Und plötzlich sind sie an der Oberfläche des Planeten, von der man nicht so wirklich viel weiß und sie kommen hinter ein Geheimnis, was sie eigentlich niemals hätten erfahren dürfen. Und das Ganze stellt ihre Freundschaft auf eine arge Probe. Ich möchte eigentlich nicht viel mehr erzählen, weil es eigentlich echt interessant ist, was da erzählt wird. Zum einen fand ich interessant, dass man hier eine Geschichte hat, die ist vorher wohl noch nie irgendwie großartig, also ich kannte sie nicht. Ich wusste nichts von einem Zustand der Untransformierten so. Dann gibt's hier eine Freundschaft, die meiner Ansicht nach echt ganz gut auf den Weg gebracht wird. Gut aufgebaut, ja. Ja, die wird gut aufgebaut. Und dann eben halt auch, was daraus wird, muss ich sagen, hat mich überraschend gefesselt. Es gibt eine Menge Action, die ist schnell, die ist richtig wild und fast-paced und was weiß ich. Die Grafik hält nicht mit den ganz oberen Animationsstudios mit, aber ist schon in Ordnung, ja. Sah vernünftig aus so, ja. Und dann muss ich sagen, als Transformers-Fan, ich saß am Ende da und ich hab drei Momente, mindestens drei Momente gehabt, wo ich gedacht hab, Alter, leck mich am Arsch. Das ist ja mal wirklich geil. Also es ist wirklich geil. Es gibt einen Moment, da werden zwei Hände voneinander gelöst. Und mein kleiner Sohn von zehn Jahren, der überhaupt noch keine großen Berührungspunkte hat mit Transformers, der weiß, Papa kennt das, Papa hat das irgendwie früher auch geguckt, Papa ist Fan von sowas. Und ich, ja, der halt echt eine ganze Ecke älter ist, wir sitzen in demselben Moment da, uns beiden geht die Hand an den Mund und wir denken nur, ach du Scheiße, wir sprengen es laut aus, ach du Scheiße. Beide, unisono, im gleichen Moment. Und dann dachte ich mir, Alter, das kann nicht wahr sein. Also das ist, das ist, das war so überraschend gut für einen Film, von dem ich wirklich nichts erwartet hab, wo ich gedacht hab, das ist Quengelware, das ist irgendwie ein so ein eher hingeschludeter Animationsfilm so, der halt so ein bisschen das Franchise am Leben halten soll, nicht mehr Aufgaben hat, als vielleicht Spielzeug verkaufen so. Hab ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich war wirklich hin und weg. Und danach gab's noch zwei Momente, wo ich wirklich einfach Gänsehaut hatte. Gänsehaut. Und das ist für mich eine Überraschung des Jahres. Also ich hab den Film nicht gesehen, aber mir beide Trailer anguckt, die es auf Deutsch gerade gibt. Und ich fand, da hast du wieder diesen Humor, den würde ich jetzt mal lapidar den Lego-Movies auch zuordnen. Also es ist so ein, ich musste, das ist jetzt kein hohes Niveau an Humor, aber schon beim Trailer musste ich kichern. Also ich fand, das sind so Gags, die funktionieren. Ja, dabei ist es gar nicht so groß. Humor ist es witzig. Ja, aber die Trailer sind schon so geschnitten. Und dann die grundlegende Geschichte von den zwei Figuren, das ist ja total tragisch. Und die dann endlich mal so erzählt zu bekommen mit der Vorgeschichte, ist ja total cool, weil das ja in den Animationsfilmen, die wir jetzt alle kennen, wurde das ja einfach so vorausgesetzt. Und dann hierzu mitzubekommen, was ich ja nur als Außenstehender weiß, weil wie gesagt, den Film nicht gesehen, wie die zwei, was die so dann, was einen Keil zwischen die treibt, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das fand ich alles, das war alles plausibel, nachvollziehbar stimmig, ja. Ja, also es dauert ein bisschen. Also mir ging es so, dass ich so eine gute halbe Stunde brauchte, um reinzukommen, weil es doch sehr Standard auch war. Aber wie bei dir, deswegen, ich saß hier gerade, also für die Podcast-Hörer, Timo hat ganz viel genickt. Auch ich hatte zweimal Gänsehaut und das waren so Momente, falls ihr das im Kino kennt, ihr sprecht was mit, was ihr noch nicht gesehen habt. Also es kommen halt Sätze, die ihr so erwartet und dann denkst du, dann kriegst du so eine Elefantenpelle, das war so krass. Das ist so was Schlechtes eigentlich, wenn ein Satz kommt, den du schon erwartest. Nein, 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 anders. Es war dieses, so ein Pay-off-Moment, wo du halt, also es ist nicht so, hier, Godzilla 98, wo du sagst so, die gehen durch den Madison Square Garden und dann sagst du zu deinem Nachbarn, die haben gleich bestimmt nicht genug Sprengstoff. Und dann kommt der Franzose um die Ecke und als nächstes sagt er, wir haben nicht genug Sprengstoff. Das sind Momente, wo du denkst, ja, danke, war klar. Das waren jetzt zwei Momente, wo ich sagen muss, Alter, ich hab die mitgesprochen und wirklich, das Hühnerfell fing an. Also nur mal so als Vergleich, ich weiß genau, was du meinst. Damals bei Endgame, als Thanos da steht und sagt, ich bin unausweichlich. Und ich saß da und ich wusste, er sagt, ich bin Iron Man. Und er sagt, ich bin Iron Man und ich war so, wow. Verstehe ich ja. Okay, also auch Fanservice dann, so ein bisschen. Ja, also ich bin ja noch weniger Fan als du wahrscheinlich, also weil ich mich an die Animationsserie nur noch rudimentär erinnern kann. Aber trotzdem hast du die ganze Zeit das Gefühl, da sind so ein paar Member Berries drin. Also ich glaube, nicht so viel. Erstens das und zweitens, ey, also auf Deutsch schockt halt der Satz, da ist mehr drin, als das Auge sieht. Also ich weiß, das ist halt irgendwie so, das ist ja... Oh, then meets the eye. Ja, genau. Jetzt habt ihr ihn dreimal in fünf Minuten gemacht. Ich verstehe, ist das alles in Ordnung, alles fein. War das der Slogan von den Transformers Spielfiguren damals? Nein, das ist der Song. Transformers, more than meets the eye. Ah, okay, danke. Beziehungsweise Robots in the Sky und dann more than meets the eye. Ja, okay. Und das, also ja, da waren schon so ein paar, ne, will ich gar nicht sagen. Aber auch im Verhältnis gesehen, mit der Action, mit der Story, mit den Figuren, mit der Figurentwicklung und dann halt mit diesen Gänsehaut-Momenten, wo du als Transformers-Fan, also wirklich als Transformers-Fan, ich glaube, es gibt keinen echt, keinen richtigen Transformers-Fan aus der Zeit, der sich nicht von diesem Film angesprochen fühlt. Ich hab mit Sean gesprochen, der auch, wie ich, ein riesengroßer Fan ist von dem Transformers-Zeichentrickfilm, ja, damals mit Lennart Nimoy und keine Ahnung so, ja. Und der kam hier in Deutschland immer nur ganz schlimm synchronisiert irgendwie zu uns, also was auch nicht wirklich fein war und so. Und wir sind trotzdem echt riesengroße Fans von dem Film. Der hat mich nach der Pressevorführung angerufen und hat gemeint, ey, Daniel, nee, also ich muss sagen, der war nicht gut. Und ich so in den ersten Moment so, okay, hab ich so was anderes gesehen? Der war fucking großartig. Okay, also als Transformers-Film, von allen Transformers-Filmen, die es in den letzten 20 Jahren gab, wie würdest du den dann einordnen? Boah, der ist jetzt gerade sehr weit oben, neben Bumblebee und dem ersten Transformers ist der ... Okay, krass, das ist so eine Ansage. Ja. Ja, also ich find den Humor manchmal, also es wär so ein kleiner Kritikpunkt, der ist halt sehr kindlich und die deutsche Synchro ist ... Genau für mich. Also da sind halt genau das, was ich bei einem anderen Film, über den wir noch sprechen, befürchtet hatte, da sind halt die InfluencerInnen dabei und die sind nicht so dolle, aber es ist okay, es stört nicht so sehr. Ey, ich muss auch sagen, also die Synchro ist jetzt kein Beidwurf so, aber das war jetzt alles vertretbar. Das war wirklich der Humor und alles, es war alles irgendwie vertretbar. Weil wie gesagt, ich hab hier einen Zehnjährigen sitzen, der mich tatsächlich deutlich weniger gefragt hat, weil er irgendwie Verständnisprobleme hatte oder so. Der dem Ganzen echt gut folgen konnte und der dann halt am Ende wirklich genauso geflasht war wie ich. Und das als, obwohl er das halt gar nicht kennt. Und das fand ich halt ... Ey, man kann sagen, das ist einfach, das ist alles schon zigfach da gewesen. Nehm ich hin, ist kein Problem. Die Action ist zu hektisch. Nehm ich auch hin, kein Problem. Aber wenn ich einfach realisiere, dass ein Zehnjähriger, der kaum Berührungspunkte mit der Serie hat und ein 48-Jähriger, der daneben sitzt, an den gleichen Stellen wirklich laut emotionalisiert werden, dann kann ich dem Film nicht viel vorwerfen. Ne, Mission erfüllt. Ich find's ganz spannend, wo die Serie hingegangen ist, ne? Weil das ja eigentlich, als es angefangen hat zu Michael Bay-Zeiten und Shia LaBeouf und Megan Fox und so weiter und was dann immer weiterging, war das ja eigentlich so als Eyecatcher gedacht. So, was können wir mit Technik machen? Was können wir mit, ähm, äh, ja, mit der Weiterentwicklung halt machen? Wie können wir diese Autobots darstellen? Wie die sich verwandeln? Und die verlieren sich dann irgendwie in krassen Details und so. Das war eigentlich so der, der, ähm, das Zugpferd, was die Leute so ins Kino getrieben hat. Und das hat sich natürlich irgendwann ausgetragen, ne? Und jetzt geht's halt wieder darum, worum's eigentlich gehen sollte, finde ich. Um ne geile Geschichte, die irgendwie cool erzählt ist. Und ich gönne diesem Film alles, ganz ehrlich. Ich bin total, ich hab nichts mit Transformers am Hut, aber ich freu mich total für diesen Film, dass der so gut ankommt. Ja, also, ich bin auch überrascht. Wie gesagt, ich hab nicht mit dem Film gerechnet. Ich hab jetzt gesehen, das ist der Regisseur von Toy Story 4. Und da muss man halt auch mal sagen, okay, er hat aus Toy Story auch noch mal einen Film rausgeholt, der überraschend gelungen war, so. Und jetzt hat er aus Transformers, meiner Ansicht nach, einen Film gemacht, der noch mal echt überraschend gelungen war. Also, gute Track-Records, so. Es ist echt schade, dass natürlich dieser Rise of the Beast nicht so der Oberhaber-Qualitativer, oder ich fand ihn auch richtig schlecht, muss ich dazu sagen, dass der echt kein gutes Timing, was die VÖ angeht, hat. Also, der hat jetzt in den Staaten ja auch irgendwie nur 25 Millionen eingespielt und ist da praktisch gefloppt. Klar, die meisten Leute wissen, das war auch bei uns in der Redaktion, wieso soll ich dafür ins Kino gehen? Ich bin zwar Transformers-Fan, aber das, was ich gerade gesagt habe, die besetzen irgendwelche InfluencerInnen da als SprecherInnen. Das will ich nicht. Und der läuft auch eh in zwei Monaten bei Paramount+. Und das ist halt super schade, weil der Film, ich bin auch bei dir, die Action ist manchmal ein bisschen sehr, also es ist nicht Across the Spider-Verse, komplette Überforderung, aber es ist schon manchmal so, dass du denkst, ja, okay, danke. Jetzt Pause. Genau, einmal kurz Cut. Okay, und dann kommt ja auch ein Cut. Also, das ist ja das Schöne, der Film verdient sich ja auch seine Action. Ja. Aber es ist halt super schade, dass der jetzt so, ja, also tanken tut er ja nicht, aber er ist ja wirklich... Ja, er könnte besser performen. Ja. Problem ist halt auch, ein Film, der jetzt eine Woche vorher startet, Der wilde Roboter. Ich bin immer gespannt, wie sich beide, ob die sich beide irgendwie, also ob die Lust jetzt nach Ich einfach und Verbesserlich 4 und Alles steht Kopf 2, ob die jetzt wirklich noch groß ist auf Animationsfilme. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich beide auch hier in Deutschland schlagen werden, weil, so leid es mir tut, es ist eine der besten Animationsfilme des Jahres, meiner Ansicht nach, und eine der schönsten Animationsfilme des Jahres, aber ich bin nicht sicher, ob es auch eine der erfolgreichsten des Jahres wird. Und ich gönne ihm alles. Er hat Otter, ist doch geil. Er hat alles. Otter? Geile Otter. Ja. Guckst du dir die an, guckst du dir die an, wie süß. Otter und Roboter. Es geht hier um einen Roboter, dessen Typenbezeichnung ich nicht mehr ganz weiß, aber er nennt sich im Verlauf des Films selbst Ross. Der landet auf einer Insel, die nur von Tieren bevölkert ist. Was für ihn natürlich ein bisschen, oder für sie, ich weiß nicht, wie man es sagen will, für es, die Maschine, ist es nicht wirklich sinnvoll, denn er ist dazu gedacht, das Leben anderer zu optimieren. Sein einziger Sinn und Zweck ist es, das Leben von anderen besser zu machen. Und er landet jetzt auf dieser Insel, wo niemand ist, der mir das Leben besser machen kann, beziehungsweise wo auch niemand ist, den er versteht. Und deswegen muss er sich erstmal akklimatisieren. Und naja, das ist halt nicht immer ganz reibungslos, weshalb er halt dann irgendwann doch eine Aufgabe findet. Er muss sich nämlich um einen Gänseküken kümmern, dessen Familie durch seine Ankunft in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ja, er ist jetzt verantwortlich für dieses Gänseküken. Und das kann er natürlich nicht alleine, oder das kann sie natürlich nicht alleine, sondern sie braucht die Hilfe von anderen, unter anderem von einem Fuchs. Und daraus entsteht ein wirklich fantastischer Film über Eltern-Dasein, über Verantwortung, über Wohlwollen, über Loslassen, über... Seinen Platz finden. Genau, seinen Platz finden. Gemeinschaft. Gemeinschaft, genau. Und ja, eben Respekt. Respekt. Man kann halt alles irgendwie, wenn man halt mal den anderen auch ein bisschen lässt. Und das so wunderschön animiert in diesem 3D-Animationsstil, Aquarell-Stil, der schon Puss in Boots 2 ausgezeichnet hat, zum Beispiel, der auch in Anleihen, so in diesem Gangster-Gang sich wiedergefunden hat. Ja. Also bei Gangster-Gang fällt's mir aus, die haben ja diese Striche noch benutzt. Genau, die haben diese Outlines, ne? Die Effektstriche, genau, das ist hier nicht. Hier hast du ja eher wie mit einem breiten Pinsel gemalt drüber über das 2D. Das 3D wird so mit so einem breiten Pinsel 2D gemappt. Oh Gott, ja. Also es sind eher... Mit einem breiten Pinsel. Mit einem breiten Pinsel. Breiter auch als bei Puss in Boots. Aber die Action, die ist so ähnlich wie bei Puss in Boots. Also wer den gesehen hat, der weiß, du hast hier ganz dynamische Einstellungen mit... Wenn was im Vordergrund ist, dann ist das auch größer. Es ist sehr, sehr dynamisch. Jeder, also fast jeder Frame, hab ich doch damals gesagt, ich finde fast jeden Frame kann man sich auch einrahmen, weil der auch nicht nur von den Animationen her, sondern auch als Still funktionieren würde, weil es so geil aussieht von der Kartrierung her und weil die Farben so geil sind. Also der Film ist einfach total schön, mal abgesehen von dem Inhalt. Ja, das ist ja krass, wie das matcht. Also das wäre auch ein toller Film, wenn er nur inhaltlich toll wäre, wenn er diese... Also da sind ja alle Emotionen drin. Ich hab in der ersten halben Stunde noch nie so viel in diesem Kinojagel lacht. Und ich hab wirklich schalend gelacht. Ich halte auch die erste halbe Stunde für das Beste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe bisher. Hättest du auch so viel gelacht, wenn du keine Kinder hättest? Weil das geht ja viel auch übers Elternsein. Ja, weil es mein Humor... Also Humor ist ja wirklich Geschmacksam. Ja, kommt, das mit den Opossums ist schon geil. Ja, wollte ich gerade sagen. Da möchten wir auch nicht spoilern, aber da sind so geile Gags dabei, die sind wirklich so lustig. Und dann spielt er aber diese ganz emotionale Klaviatur. Und die sieht halt auch noch optisch fantastisch aus. Und hat halt nicht, wie ich finde, nochmal wieder Spider-Verse, hat halt nicht diesen kompletten Overkill, da hatte ich ein bisschen Schiss vor, bevor der anfing, aber den hat er halt nicht. Und ich war... Ich hab das damals auch der Presse-Dame gesagt, als wir den gesehen haben. Er hat so zwei, drei Momente, wo er sich da schon mal so in die Position bringt, so in dem Motto so. Hol schon mal die Taschentücher raus für später. Und am Ende macht er wirklich nur noch einmal so. Und du... Das piekst dich so einmal an. Und da brauchst du, glaube ich, Vater, Mutter, Kind gar nicht haben. Du hast so Momente und denkst so, ja, dann lassen wir es mal laufen. Und es sind so, es sind so, was ich so schön fand, es sind so kleine, kleine Details, kleine Gesten, kleine Sprüche, kleine Sätze. Also nicht irgendwie eine großtrabende Rede oder so ein langer Dialog von irgendwas. Sondern als der Falke da angeflogen... Falke ist es, glaube ich, ne? Welcher Falke? Der Trainer dann. Der Trainer. Als der Falke da ankommt und sich auf die Schulter setzt und sagt, hey, tell them you're already home. So, ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich, das war, es war, ich fand, es war alles so wundervoll aufeinander abgestimmt. Es baut alles so schön aufeinander auf. Und ja, ey, von mir aus, es ist hier und da auch manipulativ oder emotionalisieren durch Musik und keine Ahnung, will ich gar nicht irgendwie abstreiten. Aber das ist auch so ein Film, wo ich sage, da lasse ich mich gern von emotionalisieren. Ja, also klar, also wie du gesagt hast, da sind Sprüche drin, das sind Kalendersprüche. Die könnten total kitschig oder klischeehaft sein, aber sie funktionieren hier in ihren traben. Ich bin eigentlich von Vin Diesel, der an einem Auto im Ärmel-Top liegt. Da funktioniert es vielleicht aber auch ganz gut. Das funktioniert halt nicht so gut. Also das muss man einfach sagen. Also du hast die Klischee-Sprüche hier, du hast diese wirklich hochtrabende orchestrale Musik teilweise, die wirklich sehr groß ist. Dann hast du die Geschichte, von der du, wie du gesagt hast, Timo, du weißt schon, wo die dann hingehen will und da geht sie auch hin. Aber es funktioniert trotzdem alles. Und zum Thema High-Paced und Spider-Verse, also bildlich ist es nicht so viel wie bei Spider-Verse, aber er ist trotzdem sehr schnell. Also der Film, da, ich hab ganz oft, ich hab mich richtig alt gefühlt, weil ich teilweise dachte, kann ich noch ein paar Sekunden in jeder Szene bitte haben? So nur ein paar Sekunden länger. Auch das war großartig. Also ich finde, der Film hat ein sensationelles Tempo. Der erzählt seine Geschichte ohne irgendwie, also der, ich weiß nicht, er gibt sich ja schon Zeit für zum Beispiel mal einen Gänseflug und mit diesem Gänseflug erzählt er dann auch nochmal echt eine Menge über diese Welt, in der wir uns da eigentlich befinden. So ohne irgendwie großartig, dass das thematisiert wird oder irgendwann im Film. Also ich finde, da stecken halt auch, da steckt eine Menge in den Hintergründen so mit drin und dass der ganze Film sich auf so 95, 98 Minuten verdichtet. Ja, das ist auch gut. Ey, das ist wirklich, das ist sensationell. Und das Krasse ist, ich hab dir das ja schon bei uns im Podcast erzählt, ich höre jetzt gerade das Hörbuch nach und der hat auch so, der Roman hat auch so ein Tempo. Das heißt, das sind, ich weiß jetzt nicht, wie es als Buch ist, aber die Hörbücher haben ganz kurze Kapitel. Also wirklich auch für Kinder, die nicht so gern lesen mögen, eine super Länge, die auch sehr kurz einsteigen. Und auch der, also der Film schmeißt einen ja so rein in die Szenerie und das Buch macht es genauso. Also es ist wirklich nicht, dass du denkst, dass hier der Chris Sanders da irgendwie, ja, ich hab das so als Grundlage und dann bauen wir drumherum. Nee, also das, was ich bisher, ich hab's noch nicht fertig, aber das, was ich gehört habe von dem Hörbuch, also die Teile, die ich gehört habe, sind halt wirklich krass gleich, wie es dann adaptiert wurde. Ich hab noch eine Frage. Allein dieser Krabbengang am Anfang und so weiter. Ich hab eine Frage und zwar, wie ist denn da im Film die Kommunikation? Weil kann der Roboter sprechen und sprechen die Tiere untereinander oder haben die, das haben die sehr cool gelöst? Ja, das haben sie sehr cool gelöst. Und das Krasse war, ich hatte ja, wir haben glaube ich damals mit Thilo hier bei Teesme gesessen und den Trailer geguckt und der war nur mit Musik und ich dachte halt, ich krieg so Wall-E. Keine Dialoge, erst am Ende, dass es reinkleckert und dann war es aber anders und das war dann schon beim zweiten Trailer, meine ich, wurde das aufgelöst und da war ich schon ein bisschen so, hm, schade. Aber das macht der echt cool, der hat einen coolen Kniff, wie er das macht. Ich, also, da sind natürlich, ich hätt's auch glauben, glaube ich, wenn es eine Stunde lang keine Dialoge gewesen wären, weil der einfach so traumhaft aussieht. Das hätte ich nämlich auch spannend gefunden, ne? Ja, aber die haben echt coolen Ideen. Das wäre ja noch eine größere Herausforderung gewesen. Aber selbst dafür, finde ich, erzählt er ganz viel visuell. Also er macht ganz wenig Erklärung und das finde ich echt Chapeau. Ja, das muss ich auch sagen. Da gibt's nicht so Expositions-Dumping und keine Ahnung was. Das ist alles on the fly und auch die Tiere, ne? Also ich meine, klar, ne? Also sobald du halt irgendwie eine gewisse Kommunikation da hast und so weiter, Tiere im Film tendieren ja dann immer auch menschlich zu werden, so. Aber ich finde, auch hier haben sie echt drauf geachtet, dass gewisse Eigenarten einfach beibehalten bleiben, so, ja? Egal, unabhängig davon, welche Geschichte erzählt wird. Und ich dachte halt auch, irgendwann, ich weiß nicht, und das fand ich halt so überraschend. Irgendwann dachte ich halt, ey, das wird jetzt so ein zweiter Raus aus dem Teich. Mhm. Also die Zielsetzung des Films war, nachdem Ross dieses Gänseküken findet, für mich eine ganz andere, beziehungsweise hab ich gedacht, okay, das geht eine ganz andere Bahn. Und selbst damit wär ich fein gewesen, weil es sah alles so schick aus und es war auch alles irgendwie charmant irgendwie von den Dialogen her oder von der Geschichte her. Aber das nimmt dann doch einen anderen Turn. Und das fand ich schon auch wieder cool. Ja, also für mich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn es eine kleinere Geschichte geblieben wäre, aber hat so auch funktioniert. Und du hattest ja schon angedeutet, du hörst das Hörbuch, also es basiert ja auf einer erfolgreichen Kinderbuchreihe, also es ist mit Text und ein paar Illustrationen. Die Illustrationen sind auch so, ich glaub so Tusche, sind nicht ganz der Stil, aber auch sehr illustrativ und schön. Und es gibt noch zwei andere Bücher. Das heißt, je nachdem, wie der jetzt performt, wär's spannend, ob da noch mehr kommt. Man braucht es aber nicht. Man braucht es nicht, der Film kann da enden, wo er endet, aber wenn jetzt noch mehr kommt, ich schwör mich nicht. Ich bin da auch an Ort, ja. Ich bin da wohl, weil ey, wirklich, das sind gute Leute am Start, die das Ding hier umsichtig in Szene gesetzt haben. Und er kommt bei den Kritiken und bei den Festivals ja bisher super gut an. Ich wär echt gespannt. Aufverhalt auch an den Kinokassen. Ja, ich hab jetzt ja schon die ersten Zahlen aus Amerika, war ja irgendwie knapp 35, Millionen für ein Wochenende ist okay, aber ist jetzt auch nicht herausragend gut. Aber vielleicht, ich mein, Elemental hat auch... So einen Long Run, ja, das hoffe ich für den. Und ich bin wirklich gespannt, wann die Filmbubble auch versucht, diesen Film halt malig zu machen. Weil das ist ja irgendwie, in den letzten Jahren haben wir so ein paar Filme, die irgendwie über den grünen Klee gelobt werden. Und ich vermute, dass irgendwann jemand kommt und sagt, das ist so... Na klar, ey, das ist, ich hab schon gesagt, wir haben gesagt, das ist by the book. Und das kann man auch, wenn man ganz narzisstisch oder ganz, ganz neutral als nicht irgendwie emotional gepackt hat, kann man auch sagen, ah, das ist aber sehr konzipiert. Also sehr, sehr, also... Aber ich vergleiche das immer mit einem guten Koch. Dem kannst du auch die geilsten Zutaten geben. Wenn er nicht die perfekte Abmischung schafft, schmeckt es dir am Ende nicht so gut. Ja, und eine Pizza Margherita ist auch konzipiert. Oder ein Burger. Ja, und sie schmeckt trotzdem, genau. Aber das hier ist jetzt keine Pizza Margherita, sondern da sind einfach alle Komponenten... Also die Komponenten stimmen. Und dann ist es aber auch noch perfekt abgemischt. Ja. Ich fand den toll. Deswegen, also von uns gibt's eine Empfehlung auf jeden Fall. Absolut. Gut, aber ja, konzipiert, ein gutes Stichwort, beziehungsweise auf Nummer sicher gehen, hätte man jetzt auch bei dem nächsten Film, Joker, Folie, Folie, Adieu. Folie, Folie, Adieu. Joka 2. Joka 2, genau. Das ist Joka 2. Aber, um's mal hier gleich vorweg zu sagen, Todd Phillips spielt alles andere als safe mit dieser Nummer hier. Und das wird wahrscheinlich auch ein großer Punkt der Diskussion werden. Ich find's gut, weil ich muss ja direkt weg nach dem Kino. Das heißt, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Ich bin echt gespannt, was ihr alle so davor sagt. Also, wir versuchen es jetzt erstmal so handlungsarm wie möglich. Der Film setzt... Wie der Film. Ja, der Film setzt nach den Ereignissen des ersten Teils an. Arthur Fleck ist jetzt quasi in der Arkham-Anstalt, Gefängnis, Schrägstrich... Halbklappende... Asylum. Er ist im Gefängnis, nicht im Asylum. Kann man noch Klappse sagen? Nee, er ist nicht in der Klappse, er ist im Gefängnis. Ja, aber Arkham, das Asylum ist schon eigentlich... Eigentlich, ja. Also, eigentlich. Aber was ist schon eigentlich bei diesen... Es muss eine sein, denn er trifft ja dort auf Harley Quinn und er hat sich ja einweisen... Genau, wir werden jetzt noch auf die Kommentare. Ja, aber es ist ja nicht die Original-Story. Da sind sie ja in Arkham... Da ist sie ja eigentlich Psychotherapeutin in Arkham Asylum. Und aber hier geht's doch auch... Ist doch ein großes Thema auch... Ist er, wie heißt das... Zurechnungsfähig. Ist er zurechnungsfähig, danke, oder nicht? Und wenn er nicht zurechnungsfähig wird, würde er dann erst in Arkham Asylum kommen. So hab ich's verstanden. Naja, aber sie laufen ja von Block A zu Block B. Ja, und diese Insel stimmt, das kann eigentlich nur... Also Block A ist so eine Art Knast und Block B ist so eine Art Heilanstalt, beziehungsweise... Hochsicherheitstrakt. Genau. Dass so eine gute Idee ist, nicht Filmrealität, schreibt uns. Also Filmrealität... Okay. Realität... Aber da können wir gleich diskutieren. Das wird sehr anstrengend. Also, Arthur ist in Block A von Arkham und Harley ist in Block B. Die beiden begegnen sich. Als Arthur mal wieder seine Anwältin irgendwie konsultiert, beziehungsweise mit seiner Anwältin spricht, denn diese Anwältin beteiligt ihn vor einem Gerichtsprozess, möchte eigentlich erwirken, dass er als gespaltene Persönlichkeit durchgeht, um eben in eine Anstalt eingewiesen zu werden und eben nicht in den Knast. Aber während dieses Prozesses lernt er eben halt Harley Quinn kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Und das führt halt zu Komplikationen. Ich glaube, es ist hilfreich zu wissen, was folie adieu bedeutet. Das ist eine Erkrankung, in der jemand in den Wahn eines anderen mit einsteigt, der eigentlich gar nicht psychisch krank ist. Also, der findet auf einmal Sinn in einer Wahnvorstellung, die jemand hat und steigt dann mit ein. Und das ist, was dieser Film ja auch versucht zu erzählen. So, dass Harley Quinn eigentlich jemand ist, die kommt aus gutem Hause, die hat studiert und findet aber aus irgendeinem Grund dann Gefallen an diesem Arthur Fleck oder eben diesem Joker-Typen und lässt sich dann auf diese Welt, die ihn umgibt, ein. Und das ist ein sehr zentrales Thema dieses Films. Ob das gut oder schlecht behandelt wird, das werden wir rausfinden gleich. Also, ich meine, das ist, glaube ich, aber doch auch beim ersten Teil schon ein Streitpunkt gewesen, ob die psychischen Erkrankungen hier wirklich adäquat dargestellt werden. Ich glaube, wir finden uns immer noch, also, beziehungsweise ... Es geht ja auch, ich finde, in diesem Film geht es um fast nichts anderes, als die Frage, ist er wirklich krank oder spielt er das, um halt Gnade zu erhalten. Und damit spielt ja auch der komplette Film. Also, das ist ja etwas, wo wir als Zuschauer uns auch fragen sollen, okay, was ist da eigentlich Realität und was nicht? Und das war ja schon ein großes Thema im ersten Film. Was davon ist real und was passiert alles in seinem Kopf? Aber hier geht es ja mehr darum, ist der Joker ein abgespaltener Teil von ihm oder gehört er zu ihm? Und das ist wieder eine neue Ebene in diese psychische Richtung, in die das Ganze gehen will, die ja überhaupt nichts mit Comicverfilmungen und sonst was zu tun hat. Was ich persönlich sehr interessant finde, viele da draußen meinten, das ist kompletter Quatsch. Warum sollte man so eine Geschichte mit dem Joker erzählen? Ich finde, das ergibt durchaus Sinn. Ich finde auch, das ergibt durchaus Sinn, das so weiterzuführen. Es ist nur ein bisschen langweilig, oder? Also, jetzt mal am Ersten ... Vielleicht ein bisschen. Also, man verfolgt eigentlich diese Gerichtsverhandlungen, fragt sich die ganze Zeit, okay, es gibt hier Anhaltspunkte, dass er das alles vortäuscht. Aber da gibt es wiederum Anhaltspunkte, dass das wirklich echt ist, sodass er gar nichts dafür kann im Prinzip, sondern dass das irgendwie alles seine Kindheit dazu geführt hat, dass sich da ein Teil seiner Person irgendwie abgespalten hat. Und dann fragt man sich halt die ganze Zeit, ja okay, was stimmt, was nicht, wartet auf eine Auflösung und zwischendurch wird gesungen. Und dann sitzt du halt da und denkst dir, ja okay, der Film wäre kürzer gewesen, würde nicht die ganze Zeit gesungen werden, das wäre ein Pluspunkt gewesen. Aber das ist bei ziemlich vielen Musicals der Fall. Ja. Ja, aber du kannst ... Das ist kein richtiges Musical, das kommt auch noch dazu. Also, dafür wird zu wenig gesungen tatsächlich dann auch. Ja, und ich musste zwischendrin ... Also, es gab einen Song, wo ich dachte, ah, jetzt bin ich drin, jetzt habe ich den Film verstanden, ich weibe mit, wenn es bei der Gerichtsverhandlung ist, weil da hatte ich so ein Chicago-Gefühl. Da dachte ich, okay, bei Chicago hat es funktioniert, du hast eine Gerichtsverhandlung und die Songs werden eingebunden und Chicago ist ein toller Film, da funktioniert das für mich. Das ist toll inszeniert. Genau, und da war ein Song hier, wo ich dachte, hier funktioniert das auch, aber ich war sofort nach dem Song wieder draußen. Also, es war nur der eine, wo er in der Gerichtsverhandlung sich den Stuhl hinstellt und sich so vorstellt. Da hat es irgendwie gepasst, weil da war klar, das ist das echte Leben und jetzt wird ein Song eingebunden, um irgendwas zu unterstreichen. Also, auch ein Song, der was erzählt. Ja, es waren ja auch keine eigenen Songs, sondern es waren fremde Songs, die dann auch nicht ganz gesungen wurden, sondern immer nur ein Drittel davon oder die Hälfte davon. Und was ich bei dem Film ganz schwierig finde, ist, dass der sich so rausschlawinern will. Also, auf der einen Seite, das große Thema, können wir gleich sprechen, will er das, was er mit Joker 1 gesagt hat, also Todd Phillips oder was dem Film angekreidet wurde, will er hier irgendwie so ein bisschen aufweichen. Und das andere ist, dass ich dachte am Anfang, als er losging, man sieht es ja auch im Trailer, man sieht erst diese grauen Schirme und von oben sind es dann bunte Schirme. Und ich dachte, das ist cool. Langsam wird eingeblendet, dass er sich so in eine Scheinwelt reindeutet. Und immer wenn gesungen wird, ist es diese Scheinwelt oder irgendwas, dass man als Zuschauer denkt, ich kann jetzt miträtseln, was stimmt und was stimmt nicht. Aber da sind die Grenzen zu unklar, dass man dann nicht wusste, was ist jetzt wirklich passiert, was ist nicht passiert. Aber das finde ich gerade gut, weil mit psychischen Krankheiten gibt es kein Schwarz oder Weiß. Es ist immer sehr verschwommen. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass du in einer Gerichtsverhandlung sauschwer hast, einfach zu beweisen, dass jemand unzurechnungsfähig ist. Das Urteil lautet fast nie unzurechnungsfähig, weil du kannst das einfach nicht wirklich bestimmen. Du kannst nicht wirklich voraussagen, inwieweit eine Person manipulativ das vorgibt zu sein, was du halt glauben sollst oder nicht. Und ich finde, dieser Film zeigt das total schön, dass das eigentlich fast nicht möglich ist. Und ich weiß nicht, warum der Film uns das sagen will, warum das das Thema ist, warum das das Thema eines Joker-Films ist. Aber das ist es meiner Meinung nach. Und ich finde, dass als jemand, der selber irgendwie betroffen ist und sich so ein bisschen damit auskennt, finde ich das eigentlich ganz cool, dass das so erzählt wird. Wobei, ich würde sagen, also es gibt zwei Punkte, wo ich glaube, dass Todd Phillips was dazu aussagen möchte. Der eine ist, den kann ich jetzt schon, sag ich mal, recht spoilerfrei quasi thematisieren. Das ist ja zum Beispiel, also der Film steht ja schon zu einem Großteil aus dieser Gerichtsverhandlung. Also die Gerichtsverhandlung ist so das dominierende, sag ich mal, Handlungselement dieses Films. Plus die Liebe, die dann halt durch die Musical-Szenen vor allem, sag ich mal, zum Ausdruck kommt. Ich glaube, die Gerichtsverhandlung soll zumindest insofern diese Inselglorifizierung des ersten Films relativieren oder beziehungsweise vielleicht auch aufweichen, wie du es gesagt hast. Oder eben halt so ein bisschen wieder ins rechte Licht rücken, weil man halt ja sieht, wie viele Kräfte auf AFA einwirken und sie dann auch quasi für ihre Zwecke missbrauchen. Beziehungsweise, dass wir, also es geht nicht mehr so selbst. Und das ist ja das, was AFA auch im Film die ganze Zeit rausstellt. Weil keinem geht es ja wirklich um ihn selbst. Es geht um allen Leuten anderen, also allen anderen geht es ja nur um irgendwas anders. Es geht um das Spektakel. Genau, es geht um das Spektakel, es geht um das Politikum, es geht um vielleicht das Ventil, das er sein kann, so. Oder es geht halt um das Übel, mit dem man quasi irgendwie was brandmarken möchte, um zu sagen, ey, so geht es nicht mehr weiter und so weiter. Jeder hat da seine eigene Agenda, jeder hat da seine eigene Position, also jeder hat sein eigenes Ziel, das er irgendwie verfolgt und Arthur steckt mittendrin und sagt halt, aber keiner hört mir mal wirklich zu, keiner will irgendwie ... Ist es nicht spannend zum ersten Teil, weil es dann ja wirklich, im ersten Teil war es für ihn ja so eine Art, der ganze Film baut drauf auf, dass keiner ihn sieht und dann hat er seine Joker-Momente und fühlt sich dann gesehen. Und fühlt sich gesehen. Und jetzt hier wird gerade gesagt, selbst jetzt, wo du dich sehen, sehen sie nicht dich, sondern sie sehen nur das Spektakel, sie sehen nur das Entertainment, was ja hier auch in dem zweiten Teil ein großer Punkt. Aber das ist ja ein Riesenpunkt unserer Gesellschaft, das ist ja das. Also es ist ja auch nicht, kommt nicht von ungefähr, dass irgendwie sehr viele Szenen an den Prozess von Ted Bundy zum Beispiel auch erinnern, der ja auch in den 70ern spielt, wie das ja auch in den 70ern spielt und so. Also da sind ganz viele Parallelen auch, dass irgendwie eine Meute von Groupies da im Gerichtssaal rumhocken und den total abfeiern, wie im echten Leben halt auch. Die auch so schön auf zwei Seiten, du hast einfach quasi die anscheinend Familieangehörigen von Opfern aus dem ersten Teil. Genau, und dann die Fans auf der anderen. Genau, die Groupies und Hippies und die sich da auch, die teilweise so ein bisschen so Manson-Vibes haben, also nicht Marilyn, sondern Charles, wo du dann denkst, okay, gib dem noch einen Bart und dann ist das irgendwie auch Charles Manson. Was ich da noch spannend finde, ist, dass er aber auch genau wie der erste Teil so Dinge mit dem Holzhammer macht. Staatliche Obrigkeit, wie die hier dargestellt wird. Die Wärter, also Brandon Gleeson spielt ja einen davon, sind alle gefühlt aggrundtief böse. Harvey Dent, der hier auftaucht, trieft vor Arroganz. Also ich hab das nach dem Kino gesagt, für mich nur einen unsympathischeren Staatsanwalt in den letzten Kinojahren, der Anwalt oder Staatsanwalt aus Anatomie eines Falsches. Du denkst, was für ein Arschloch, halt doch mal die Fresse. Und das hatte ich bei Harvey Dent, der kommt so arrogant und so in der Lack drüber und du denkst halt so, hä, das ist doch aber der Good Guy, sonst immer in den Comics Ja, und dann kurz haben wir noch so eine Anspielung auf was, was ihn dann erwarten wird. Da dachte ich auch kurz, brauchen wir das in diesem Film? Ist das cool? Freuen sich die Leute da drüber? Da dachte ich dann so, da hätte ich mich wieder fast gefreut, wenn es nicht Harvey Dent gewesen wäre. Also hätte ich es nicht gebraucht, dass der da auch noch reinbequetscht wäre. Okay, das ist mäkeln auf was weiß ich für ein Rewo. Erstmal, ich fand es cool, Anne, dass es wirklich eine graue, dass es grau durchmischt ist, die psychischen Krankheit, das finde ich einen coolen Punkt. Also das ist wirklich interessant, das gefällt mir auch. Und zu der Ted Bundy-Sache, das sagt er ja auch irgendwann zu Halibau, du könntest mir auch einfach Briefe schreiben. Und dass da Figuren zu Idolen herange... Du hättest mir Briefe schreiben können. Ja, ja, genau, Entschuldigung. Dass Figuren zu Idolen hervorgehoben werden, dass sie losgelöst von ihrer Persönlichkeit irgendwas darstellen, was sie dann eigentlich überhaupt gar nicht mehr sind, das ist ja auch ein Thema des Films. Und damit greift ja auch die Kritik zum Ersten dann eben wieder auf. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er hier so sagt, auch mit diesem Song aus The Bandwagon, der Film. Bandwagon, ja. Dieses It's All Entertainment oder so. Ja, genau. Dass er uns quasi als Zuschauer sagen will, die wir die Diskussion mit den Ersten mitbekommen haben, hey, regt euch mal ab, es ist doch alles nur Unterhaltung. Ist auch Fun in Games, ja, okay. Ja, also ich muss eine Sache sagen, wir wissen ja nur, dass das... Wirklich unzuverlässiges Erzählen ist ein Teil 1, du weißt nie, was ist richtig, was ist real, was passiert nur in Arthurs Kopf. Und ich fand es gar nicht so ambivalent dargestellt. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn man, wenn andere in Arthur versuchen oder ihn quasi deuten und seine Verhalten, über sein Verhalten urteilen und ihm auch klar machen, was so seine Vergangenheit angeht, dann ging er ja immer in eine innere Immigration und hat sich, auch akustisch wurde das dann mit Musik untermalt, dass der rausging aus sich selber. Und deswegen fand ich so diese Frage, faked er das eigentlich oder versucht er da noch rauszukommen, fand ich gar nicht so entscheidend und auch überhaupt nicht spannend, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, dass all die Sachen, die Philips im ersten Teil aufgebaut hat, dieses, was ist real, was ist nicht real, ich fand das hier schon relativ klar immer markiert, was Realität und was nicht Realität war. Man könnte jetzt auch billig sagen, alle Gesangungsnummern waren halt nicht real. Nee, ja eindeutig nicht, weil irgendwann sagen sie ja, ja, das war doch die, die gesungen hat beim Aus, bei irgendwas, was passiert in dem Film. Genau. Und dann dachte ich wieder, okay, ich dachte, es wäre irreal, aber es ist ja anscheinend real gewesen. Also nicht alles, ne, weil der Gesang mit Harley zusammen, der Erste, nachdem, nachdem sie rausrennen. Aber ich sag mal, alles, was die gute alte Musical-Shownummer auch sein sollte, wo man auch das Gefühl hatte, dass Philips halt Bock hatte, ob er das Talent hat, müssen wir mal ein Fragezeichen dran machen, aber da hatte er Lust, ein Musical zu inszenieren und da waren schon halt Nummern dabei, du hattest diese schöne Hocker-Szene beschrieben, wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt aber nicht Realität, sondern das stellt sich Arthur im Kopf vor. Wobei, ich, 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 weiß ich nicht, ich bin da so ein bisschen, ich finde Antje hat einen coolen Punkt nach dem Kino gesagt, ich finde halt, die Musical-Nummern sind eigentlich keine richtigen Musical-Nummern. Also wenn du ein richtiges Musical machen willst, dann machst du ein Musical. Ja. Und das war halt kein Musical, das waren irgendwelche, weiß ich nicht, halb Gesangs-, halb Sprach-Performances mit ein bisschen Bühnendekoration so. Also es hält sich arg in Grenzen. Die aber, Punkt für beide, also dass Lady Gaga singen kann, das ist nun keine Überraschung. Joaquin Phoenix hat's nun in Walk the Line auch schon gemacht, aber die sind von den Performances her, nicht von der Inszenierung her, finde ich die aber alle gut gesungen. Ich fand's, ich bin bei den, beim Gesangseinlagen bin ich tatsächlich hin und her gerissen, weil ich muss sagen, ich fand sowohl Lady Gaga als auch Joaquin Phoenix hören sich manchmal schon ganz schön scheiße an. Kannst du? Ja, ich fand diese eine, also Lady Gaga steht einmal irgendwie so draußen vor dem Gerichtsgebäude und singt dann nochmal so einen kurzen Moment für sich alleine, wo ich mir gedacht hab, nee, das, das klingt nicht cool. Also das ist, ey, das mag vielleicht vom Ton her alles richtig getroffen sein, keine Ahnung, ich, also ey, da will ich mich jetzt gar nicht drüber streiten. Ich fand's im Vergleich zu anderen Gesangspassagen von ihr, fand ich das einfach nicht wohlklingend. Aber vielleicht ist es halt, das weiß man jetzt nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch Absicht ist, ab und zu, weil es ja zum kompletten Konzept des Films passt, weil alles so messy ist. Und das meine ich, das meine ich halt auch, diese Gesangs-, also die Musicalnummern, irgendwann hab ich mich auch gefragt, warum sind die eigentlich eher läppsch? Warum sind die eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, also selbst Spielberg hat am Anfang von Tempel of Doom mehr Musical gehabt als der gesamte Film. Ja, okay, wir haben ja verschiedene Arten, die, wo sie wirklich so singen und zueinander sich Lieder ansingen und Timo meinte, die so inszeniert sind. Aber die Stelle, wo sie singt, da dachte ich eher drüber nach, das ist die einzige Stelle, die kann ja auch nicht aus seinem Kopf sein, weil sie ja alleine draußen ist. Da hab ich gedacht, da sieht man so ein bisschen diese Folie adieu, weil sie seine Wahnvorstellung übernimmt und selbst, ohne dass die Kamera bei ihm ist, anfängt zu singen. Ey, die Absicht dieser Szene, das mag gut sein. Ich sag nur was, also mir geht's in diesem Moment nur um den Gesang. Also wie gesagt, ich fand's sowohl, Gaga hat scheiß Töne gehabt oder beziehungsweise hat nicht geil geklugt. Ich will nicht mal singen hören. Ich sag doch, wenn ich besser singen kann. Von Daniel ist es nein, ne? Aber ich muss halt auch sagen, sie hat natürlich auch wieder Songs gehabt, hier, ähm, was war das, wo sie auf der Bühne stehen, in diesen 70er-Outfits. Oh ja. Irgendwas mit Love. Egal. Auf jeden Fall, da merkt man wieder, dass die Frau halt einfach singen kann. Ja, die kann halt einfach singen und die kann halt performen und die hat eine Präsenz, wenn sie halt gerade auch singt. Man hat auch im Kino gemerkt, wenn mal wieder, in Anführungszeichen, ein Film kam, sind alle aufs Klo gerannt, weil sie dachten, da kann ich gehen. Ne, du auch? Ja, ich auch. Ich hab ja auch gesagt, bei der nächsten Musical-Nommer muss ich kurz mal weg. Muss was weg. Sorry. Dass Leute schon bei dem fünften Song das Gefühl hatten, da kann ich aufs Klo gehen, weil da passiert eh nicht. Ich möchte jetzt schon Bardet drauf ansetzen, einfach alle Musical-Szenen mal rauszuschneiden und dann gucken wir den mal ohne. Das funktioniert bestimmt. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaub, das funktioniert ganz gut. Wobei, und ich nochmal sagen möchte, es gibt dann so eine Art, auch wieder so ein Solo-Gesang von Joaquin Phoenix, der in so einem One-Shot auch mündet, da war ich überrascht. Da fand ich, das klang zwar irgendwie auch schräg und schief, aber ich finde, es hat gepasst. Ja, beziehungsweise klang das halt irgendwie sinnig zu dem, was er da singt und halt auch aus der Situation heraus irgendwie doch gut. Und auch mit dem Duett, im Duett mit ihr hat er teilweise Phasen gehabt, wo ich finde, da klang er echt anständig wie ein Sänger. Ey, und das ist schon krass, weil jeder Gesangslehrer oder jede Gesangslehrerin kotzt wahrscheinlich im Strahl, wenn sie sieht, dass bei fast jeder Musical-Performance eine geraucht wird und man ja nun weiß, wie schlecht das eigentlich für eine normale Stimme ist zu rauchen. Aber es ist natürlich, machen wir uns nichts vor, einige, Britney Spears hat ja auch geraucht, damit es ein bisschen kratziger klingt. Lady Gaga raucht auch, also abseits von, wer? Lady Gaga raucht auch abseits des Films. Und das klingt dann halt, also manchmal, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, ich hatte hier den längsten Raucherwerbespot aller Zeiten, also 134 Minuten und es ist fast jeden Es wird wieder geraucht in Filmen. Genau, es sind nicht nur die Bösen, es rauchen wieder alle. Auch hier so cool, dass man sieht, auch hat er im ersten Teil auch, dass er nie abascht. Dem ist es egal, was mit der Asche passiert und sie macht das dann auch irgendwann im Film. Ich hatte auch den Eindruck, es sind deutlich echtere Zigaretten als die üblichen Zigaretten, die man im Film raucht. Also man kann Fake-Zigaretten im Film schon teilweise leicht erkennen, wie die halt abbröseln oder wie die sich halt runterbrennen so. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass Phoenix halt einfach mal, ja, bei jedem Take noch zwei Schachteln nebenan liegen gehabt hat. Man muss Kopfschmerzen gehabt haben. Ja, das glaube ich auch. Und er wirklich sich wieder in diese, ich will es gar nicht, Joker-Performance, aber wie der sich wieder hat runtergehungert. Ey, und was ist das hier? Seine linke Schulter, also von uns aus gesehen. Keine Ahnung. Macht er das irgendwie absichtlich so raus? Macht er das absichtlich oder steht die wirklich einfach so raus? Ich glaube, der ist einfach so dünn, dass die so rausstehen. Aber das ist ja ungesund. Ja, das sieht alles ungesund aus. Also die echte, leichte Bale-Maschinist-Vibes. Also nur kurz, bevor wir jetzt darauf nochmal zu sprechen kommen. Ich wollte einfach sagen, ich fand den Punkt, den Antje gesagt hat, spannend. Es geht hier ja um eine Entmystifizierung des Jokers. Und dementsprechend sind auch die Musical-Szenen eigentlich eher scheppig. Ja, also nicht glamourös, nicht irgendwie groß aufgeblasen, nicht mit 50.000 Tänzern, wie bei, keine Ahnung, RRRR oder sonst irgendwo. Also das ist alles relativ, ich will jetzt, also im eigentlichen Sinne armselig. So, ja, also nicht, dass das scheiße aussieht. Das sieht ja geil aus. Also ich will ja nicht sagen, dass die Kamera und das Licht und so, dass das schlecht aussieht. Sondern die Musical-Szenen machen meiner Ansicht nach nicht viel her. Eben im Einklang damit, diesen Joker zu entmystifizieren. Eben nicht zu dieser Leitfigur der Revolution zu machen oder sonst für irgendwelche Ungehörten oder Abgehängten. Sondern halt eben als einen wirklich traurigen Menschen. Ja, die Frage ist halt, ist es nicht vielleicht ein bisschen too much Opferrolle, in die ihr diesen Arthur Fleck da reinpackt? Also das ist so ein Eindruck, den ich am Ende hatte, wo ich gedacht habe, na ja, er hat aber trotzdem Leute umgebracht. Und er hatte trotzdem Spaß an der einen oder anderen Ermordung. Aber den würde ich entgegensetzen, ich weiß nicht, ob es so ein Spoiler ist, aber es gibt ja, ich wäre so skriptisch, es gibt ja eine Szene mit einem Zeugen, an die musst du dich auch sofort denken. Wo du ja schon schlucken musst. Und du auch merkst, dass Arthur auch zumindest hat man das Gefühl, kurzzeitig mal registriert, oh ja, scheiße, das ist wirklich krass, was ich da gemacht habe. Und das ist das? Dann wird es natürlich wieder ins Lächerliche gezogen. Und das ist das, was mich so ein bisschen an diesem Film auch, ich sag jetzt mal, ratlos bis nicht ganz so zufrieden zurücklässt. Aber das ist so wieder die Sache, wo ich halt auch entscheiden muss, ist es das, was ich mir wünsche? Kann ich das wirklich einhergehen? Also kann ich das wirklich als Kritik hinnehmen, wenn der Film sich halt, sag ich mal, dafür anders entscheidet? Aber ich dachte halt, es geht halt irgendwie doch auf die Figur und eben das personifizierte Chaos zu, das wir halt aus den bisherigen Filmen kennen. Der Joker, der halt genießt, dass alle Welt um ihn herum in Wallung gerät. Aber dafür fand ich gut, dass man davon eigentlich relativ wenig mitkriegt. Also ich fand es gut, dass man das alles aus seiner abgeschotteten Welt mitbekommt. Also es gibt ja Medien, über die nur gesprochen wird, die er aber nicht zu Gesicht bekommt. Wir kriegen immer nur kurze, also es ist ja nicht so ein Gegenschnitt aus, wie ist die Welt draußen und wie ist es bei ihm drin, sondern das fand ich gut an dem Film, dass es nur so aus seiner kleinen Welt alles erzählt wird. Und dann kommt eben Harley Quinn dazu und erweitert das für ihn ein bisschen. Das war alles nachvollziehbar aus seiner Sicht. Aber es sind ja schon eine Menge Leute, die ihm da quasi Informationen geben, die man, die er, wie auch wir, falsch verstehen können oder halt nach unserem Gusto auslegen. Dann haben wir vorhin nicht kurz auch Show Don't Tell kritisiert bei irgendeinem Film, dass der uns zu viel sagt. Das hatte ich hier manchmal auch, dass mir zu viel erklärt wird. Dass sie sagen, wenn du nicht fünf Leute umgebracht hättest, dann würdest du auch hier in diesem Ding sitzen. Ah, danke, dass du es mir nochmal erklärst. Und später zeigt uns der Film das doch sowieso. Warum musst du uns denn alles? Oh, du hast Make-up mitgebracht. Ja, und dann, das reicht doch, das Make-up zu zeigen, anstatt zu sagen, alles zu erklären, was da passiert. Das hat mich in dem Film auch ein bisschen gestört. Ja, aber ich gebe ihm einfach wirklich die Eier, dass er sich da nicht so leicht macht. Also er hätte den Film deutlich mehr an den Vorgänge anlehnen können, deutlich stärker einfach auf dem Vorgänger weiter aufbauen können. Und das macht er halt eben nicht. Und ich denke, also ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich finde ihn ein bisschen zu lang, aber das geht einher eben mit der Tatsache, es ist halt so ein Jukebox-Musical, beziehungsweise es sind halt Musical-Szenen enthalten, die sich zwar ein bisschen random anfühlen, aber ich glaube, auf den zweiten Blick dann doch noch ein paar Details offenbaren, wie eben halt auch, dass er halt, er nimmt ja am Ende ein Musical, der Joker singt am Ende quasi einen Song, der aus einem Musical stammt namens, das kenne ich halt auch nicht, The Roar of Grease Pain, The Smell of the Crowds, das Brüllen der Schminke, der Geruch der Menge, in dem halt dieser Song The Joker vorkommt und wo es halt heißt, dass da immer einer ist, der andere zum Lachen bringt, aber keiner rafft, dass der bei dem irgendwas auch kaputt gegangen ist. Also die Songs sprechen eigentlich die Sprache der Figuren jeweils aus, so kann man jetzt auch Show Don't Tell nennen, aber ich glaube schon, auch mit Überlegungen, also dass diese Songs mit Überlegungen gewählt worden sind und da sind verschiedene, Bee Gees war, glaube ich, mit dabei und so ein paar andere Sachen, Billy Joel, glaube ich, war mit dabei. Sinatra. Sinatra, natürlich. Ja, auch hier wieder, können wir vielleicht als Nicht-Native-Speaker den Film gar nicht so aufnehmen, weil wir die Songs nicht so verstehen. Wir haben den Film ja auch auf Originalsprache gesehen, mit Untertiteln, aber die Songs wurden nicht untertitelt. Und das habe ich mich gefragt, warum nicht? Genau, aber ich glaube auch, wie du sagst, es ist total wichtig, die Songs zu verstehen. Wir haben sie ja schon verstanden, wir verstehen ja Englisch, aber sie wirklich zu begreifen, was da für eine Geschichte erzählt wird und was da für Worte gewählt werden, ist, glaube ich, auch relevant. Vielleicht können wir das als Nicht-Native-Speaker gar nicht so aufgreifen, wie er gedacht ist. Und da bin ich auch gespannt, wie man das jetzt im Deutschen macht, ob man die Songs einfach auf Englisch stehen lässt oder ob man die untertitelt. Ich würde schon sagen. Während der Rest halt auf Deutsch ist, weil ich glaube, die singen die Deutschen die doch nicht ein. Nee, das glaube ich auch nicht. Also keiner wird doch jetzt hingehen und den Frank Sinatra-Song da eindeutschen, das glaube ich nicht. Sei denn, es gibt irgendeine Roland-Kaiser-Version auf irgendeiner B-Seite, die ich halt nicht kenne. Aber das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ich glaube, die Songs laufen im Original. Und ich weiß nicht, ob das bei allen so hilfreich ist beziehungsweise ob wirklich dann alle verstehen, was da gesungen wird, dass das eigentlich relevant ist für entweder die jeweilige Szene oder eben halt für den Charakter an sich. Aber eigentlich auch nicht, oder? Aber viele Fragen werden doch beantwortet durch einen Song tatsächlich. Aber wenn man sich das auf die Länge des Films anguckt, dann hat man doch schon das Gefühl zum Thema Langeweile im Sinne von nicht uninteressant, sondern einfach langeweilend, dass viel einfach wiederholt wird. Und das passiert in diesen Songs ja auch. Es geht immer wieder darum, oh, wir haben uns endlich gefunden. Harley und Arthur sind jetzt endlich zusammen. Arthur hat endlich eine Freundin. Das ist so oft Teil eines Songs. Und da finde ich, da braucht man schon fast gar nicht jeden Song verstehen, weil es wird alles doppelt und dreifach erzählt. Wie jetzt der Song, den Daniel meinte, dass es um einen Joker geht, der missverstanden ist. Das wissen wir ja eigentlich. Das ist aber auch der einzige, oder mit der einzige, es gab ein paar Songs, die ich ganz geil fand. Aber den Joker-Song, den fand ich schon richtig gut. Ich würde es besser finden, wenn sie quasi das untertiteln, weil ich glaube, das ist hilfreich für die Leute, die halt eben des Englischen nicht so mächtig sind, um halt eben wichtige Elemente aus diesen Songs auf die Geschichte zu übertragen. Es gibt ja auch am Ende eine Frage, die er ihr stellt und sie antwortet das in einem Song. Also da zum Beispiel habe ich den Song schon verstanden, aber nicht genau begriffen, wie der Songtext für ihn dann wirkt. Also da können wir jetzt nicht spoilerfrei drüber reden. Ja, aber was du sagtest, was ganz wichtig ist, du meinst, du hast ja deine Einlassung direkt angefangen mit, der Film ist langweilig. Und können wir uns da alle darauf einigen, dass dieser Film zu lange ist und irgendwie langweilig dann ist? Ja, also ich finde halt auch, du sagtest, er baut ja nicht so sehr auf oder macht nicht da weiter, wo Teil 1 quasi aufgehört hat. Also inhaltlich tut das ja irgendwie doch. Ja, nur inhaltlich, aber nicht von der Atmosphäre, von der Spannung, von der Intensität her. Nee, finde ich nicht. Ich habe auch die Kritik gelesen, dass Leute, die den Ersten mögen, während den Zweiten nicht mögen und Leute, die den Ersten andersrum, also dass man nur einen von den beiden mögen kann, weil die so ein bisschen gegensätzlich sind. Weiß ich nicht. Man kann auch beide nicht abfeiern, das muss ich jetzt schon mal an dieser Stelle sagen. Finde ich auch. Das geht wirklich. Auch den Ersten finde ich toll. Ich mag den Ersten auch sehr gerne. Also ich finde den Ersten klasse, aber weil der Erste auch nochmal eine ganz andere Spannung hatte für mich als eben jetzt der Neue, weil das ist auch so ein Punkt, dass Gotham die Verhältnisse und so weiter, wie die Leute sind, in welcher Zeit wir uns befinden und wie irgendwie auch die, sag ich mal, Comic-Lore da mit eingewoben ist und so weiter. Das war alles spannend, im Ersten Film zu entdecken. Hier musst du es nicht mehr entdecken. Hier musst du das alles, hier hast du das alles schon, hier kennst du das alles schon, hier weißt du schon den Vibe, der ist dir schon bekannt. Du bist nicht dabei, in diese Welt nochmal vorzudringen. Und diese Musical-Nummern sind für mich keine Welt, in die ich großartig vordringen muss. Also das ist halt das Ding. Ich bin halt kein Musical-Freund. Dementsprechend habe ich mich eigentlich darüber gefreut, dass die Musical-Nummern eigentlich auch nicht so richtig Musical-Nummern sind. Gleichzeitig sind sie aber auch keine richtigen Musical-Nummern. Deswegen sind sie auch nicht so eindrucksvoll. Und das zahlt aber wiederum darauf ein, dass Arthur Fleck halt entmystifiziert wird. Was es aber halt dann auch wieder zu einer eher wiederholenden und sich repetiven Angelegenheit anfühlt, auswirkt. Und das macht es halt so schwierig. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nach direkter Ansicht noch nicht so im Reinen mit mir, was ich für den Film halte. Ich finde ihn nicht so gut wie den ersten. Ich finde ihn aber immer noch gut. Alle Handwerklicher auch. Also man kann dem Handwerklicher nichts ankreiden. Der sieht toll aus. Die Schauspieler sind gut. Ich mag auch Musicals. Also ich finde Lady Gaga ist nach wie vor nicht die großartigste Schauspielerin. Sie kann deutlich besser singen als Schauspieler. Ich muss auch sagen, bei ihr hat es nicht so geklickt. Aber ich fand, sie hat das schon okay gemacht. Ja, wäre einiges auch okay. Ich fand es wirklich nicht. Ja, aber man muss schon mal bedenken, mit wem die da spielt. Also das ist schon was. Daneben kannst du dich auch deutlich schlimmer und schlechter anstellen. Ja, natürlich. Aber man muss auch sagen, hat sie für A Star Spawn auch irgendwas? Da hat sie mindestens ein Globe oder eine Nominierung. Eine Oscar-Nominierung hat sie, glaube ich, bekommen. Und für den Song hat sie den Oscar. Für die Rolle, nicht für das Schauspiel. Meinst du nicht? Nicht? Ich meine nicht für das Schauspiel. Ich glaube, das war doch der Skandal, dass sie tatsächlich eine Nominierung für das Schauspiel hatte. Ja, okay. Sie hat auf jeden Fall, glaube ich, für den Song gewonnen. Den Song hat sie gekriegt. Ja, ist ja okay. Was ich halt krass finde, weil es gab ja nun wirklich, finde ich, ein paar inhaltliche Fäden, die der Erste gesponnen hat. Also Arthur wird ja schon als Produkt der Gesellschaft gezeigt. Und das ist irgendwie, finde ich das jetzt im zweiten Teil, ist das so ein bisschen fallen gelassen worden und wird sehr stark außer Acht gelassen. Also klar. Das ist halt der Background. Das war's, darum geht's doch. Aber mir war das echt zu wenig. Das war nicht so. Also das habe ich leider nicht so wahrgenommen. Das ist doch die zentrale Kritik, von wegen diese Verherrlichung, Glorifizierung, von Serienmüttern und so weiter. Und das resultiert ja eigentlich daraus, weil die Gesellschaft solche Leute erst produziert. Das System macht sie, ja. Ja, aber das sind ja Sachen, also überdeutliche Sachen im ersten Teil. Die sind ja wirklich, bis zum gewissen Grad ist Arthur ja krasses Opfer. Ja. Und hier hast du das Gefühl, dass dieser Aspekt auch in der Gerichtsverhandlung nur so angerissen wird. Und deswegen ja auch die Verteidigung irgendwann ist ja mittellos erscheint. Und nicht so richtig sagen kann, wir wollen ja voll auf die Nummer zu rechnungsfähig gehen und nicht auf die Nummer, was hat dir eigentlich das System angetan? Ja. Das war mir ein bisschen zu wenig. Das meinte ich mit diesem, es ist spannend zu sehen, dass es nicht schwarz-weiß ist, sondern sehr, sehr grau und sehr schwierig zu definieren. Und das System wird sich ja nicht selbst angreifen. Genau. Und das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Also das geht ja auch schon darum, dass das System ja sowieso gegen dich arbeitet, als jemand, der irgendwie Leute umgebracht hat, aber eine beschissene Kindheit hat. Und dann sitzt man da und sagt natürlich, ja, was machen? Muss die Person natürlich bestrafen, weil sie ihr Unrecht getan hat? Auf der anderen Seite ist aber auch der Konflikt, okay, woher kommt das eigentlich? Was ist in der Gesellschaft schiefgelaufen, im Umfeld, im Elternhaus und so weiter? Und der geht schon darauf ein, dieser Film. Der erste natürlich viel, viel mehr. Ja, viel zu sehr, auch wie ich finde. Und der hier halt spielt das Spiel halt weiter und gibt den Ball so ein bisschen weiter und sagt, ja, was macht ihr denn mit dem Schaden, der jetzt angerichtet ist? Was macht die Gesellschaft mit diesem Schaden? Und dann sitzt du halt da und überlegst, okay, ist er verantwortlich, ist er nicht verantwortlich? Glorifizierung und so weiter. Das fand ich alles total spannend. Ich fand den besser, als ich dachte, weil ich Angst hatte, oh Gott, das ist ein Musical und ich mag wirklich keine Musical. Drei von vier mögen ja keine. Du magst Musicals. Ich mag Musicals, ja. Und dafür fand ich ihn nicht. Also es war kein guter. Also ich war überrascht, dass ich den dann doch mehr mochte, als ich von Anfang an geglaubt hatte. Mochte diese zwei großen Aspekte, die ich da für mich so rausgefunden habe, mochte das Schauspiel. Aber ich finde auch, wenn es den Film nicht gäbe, wäre es auch egal. Ja. Schon während des Films habe ich gedacht, oh, der bringt mir nichts mit. Den werde ich ... Ich weiß es nicht. Und damit würde ich mich so langsam mal in Richtung eines Spoiler-Parts bewegen. Um Gottes willen. Ja. Ich befürchte auch, dass Leute, die den ersten richtig geil fanden, nicht so wirklich überzeugt sind von diesem. Oder eher enttäuscht sind von diesem. Weil er halt ihnen auch nicht das gibt, was der erste irgendwie ihnen vielleicht gegeben hat. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Leute, die da irgendwie sich wirklich ein Musical erhoffen, enttäuscht rausgehen werden, weil es halt eben einfach kein Musical ist. Aber das wurde ja ... Ich finde, es ist schon viel Songs. Aber die sind halt nicht ... Die sind nicht ... Die sind nicht so implementiert, wie in einem richtigen Musical. Ja, irgendwas hat mir da gefehlt. Irgendwas hat jetzt nicht zusammengepasst. Und irgendwie, ich hätte mir auch gern originäre Songs gewünscht. Das wäre cool gewesen. Deswegen nennt man es ja Jukebox-Musical. Ja, genau. Also irgendwas hat da nicht gezündet. Und da fehlt irgendwas. Entschuldigung. Jetzt muss ich den Faden wieder aufnehmen. Dafür, dass ja relativ früh im Marketing ganz viel klargemacht wurde und auch offensiv ... Ja, das wird ein Musical. Und irgendwann kamen ja auch sogar so 14 Songs in so und so viel. Und blablabla. Fand ich es immer ... Ist dir sicher? Also ich hab irgendwie dann später bei den Junkids und so immer mitbekommen, wie sie dieses ... Sie sagen aber alles nächstes kein Musical. Genau, wie sie halt dieses Wort Musical peinlich vermeiden. Sie haben es ja auch im Marketing in den Trailern versucht, also erfolgreich versteckt. Also nach dem Motto, nein, das ist gar kein Musical. Aber dafür, dass also in der Bubble ganz viele Fandoms da immer geschrieben haben, ja, das hier, das ist die Songliste und solche Sachen, war mir ... Also mir war völlig klar, das hat auf jeden Fall ein Musical, sag mal, ein Musical-Anstrich. Ja. Aber da war das, was ich das Gefühl hatte, was ich schon meinte mit dem, regt euch doch mal ab, es ist doch alles eine Unterhaltung. Ich hatte auch das Gefühl, auch in diesem Bandwagon-Film, den die Protagonisten da ja mal gucken, sagt ja einer, hm, es kann aber auch ein Drama und ein Musical sein, wo ich dachte, oh, jetzt spricht grad wieder der Regisseur zu uns. Natürlich. Und sagt so, na, 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 ihr dummen Zuschauer. Ich erklär's euch aber mal. Ich hab ... Ich hab ... Ich hab mich da herablassend behandelt gefühlt teilweise. Okay, jetzt, das wäre, glaub ich, auch ein Spoiler. Ähm, deswegen, also, ich guck mir den noch mal an. Ich will den noch mal sehen. Ich will vor allem wissen, wie der Fluss beim zweiten Mal ist. Ich bin auch noch bei dir. Also Phoenix fand ich großartig, der macht das wieder geil. Ich fand Brandon Gleeson fand ich auch cool. Oh ja. Das ist süß. Ich mochte halt so ein paar Randfiguren. Mich hat auch die Wiederkehr von ein paar Figuren irgendwie gefreut, so. Ansonsten Licht, Bild, das, 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 also der, 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 ja, wie soll man sagen, der Schmierfilm, der da irgendwie drauf ist, so, oder die Atmosphäre, die man in dieser Anstalt irgendwie spüren kann, das hat mir alles echt sehr, sehr gut gefallen. Der One-Shot oder die Plan-Sequenz. Die Zweien, die da waren, die fand ich auch gut. Also inszenatorisch war das auf jeden Fall schon echt gut. Klar, wenn man Musical will, muss man Musical können. Das ist ja so ein Tenor, der irgendwie durch die, durch die bisherige Berichterstattung ging. Ich würde sagen, Musical ist nicht das Steckenpferd von, von Todd Phillips. Da soll er sich lieber wieder an anderen Filmen orientieren. Und ich glaube auch, dass er, Stichwort One-Shot, habe ich ja auch schon im Auto zu dir gesagt, ich glaube, dass da schon vieles mit Bock inszeniert wurde, aber manchmal auch jetzt der Inszenierung, also um das Inszenierens Willen gemacht wird. Und warum der Film so teuer war. Du hast 200 Millionen gesagt, ne? 200 Millionen habe ich gelesen. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Ich glaube, das kann auch niemand außerhalb dieser Produktion wirklich erklären, oder? Warum genau? Der wird es bestimmt Gründe dafür geben, keine Frage. Und wenn es auch eben Gagen von irgendwelchen Darstellern sind oder so. Aber ich muss sagen, so vom Aufwand, also von den Locations her und so weiter, vom Aufwand, ich sag mal, das hättest du da auch für 100 vielleicht hingekriegt, oder? Zum Beispiel. Wenn es 200 Millionen waren. Das ist auch immer noch das Doppelte. Ich glaube, der Erste hat 50 gekostet, ne? 75. 75, na gut. Also wenn du da aber gleich sagst, wir ballern dreifach rein, finde ich, sieht man das Dreifache nicht auf der Leine. Nicht unbedingt. Und wenn ich dann noch im Advertising sehe, lebt es in IMAX, müsste ich nur sagen, brauche ich jetzt Arkham in IMAX? Nö. Nö, also so bildgewaltig ist er nicht. Also in den kleineren Settings, da sind geile Bilder drin, das will ich gar nicht abstreiten. Aber so ein richtiges gutes IMAX-Bild, keine Ahnung. Ich mag halt, wie sie mit Licht umgehen. Genau. Das ist eine ziemlich große Sache in dem Film und ich liebe sowas einfach. Verschiedene Stimmungen durch Licht ausdrücken. Ja, das meine ich. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht manchmal halt. Aber da hast du ja mit deinem Argument, dass es grau ist, hast du mich auch überzeugt. Und deswegen, also das sind schon simplere Sachen, wo man sich natürlich fragen kann, warum war das jetzt so teuer? Also was haben die jetzt großartig anders gemacht als beim ersten Teil? Ich würde auch tippen, okay, wir brauchen ein paar mehr Darsteller, eine hochkarätige Sängerin ist dabei, dann vielleicht Inflation, Studios sind teurer geworden, Technik teurer, keine Ahnung. Covid-Kram war auch noch Covid-Kram. Oder auch Covid-Kram. Covid-Kompliance, Leute. Okay, das kann natürlich dann auch so ein bisschen was dann an Budget aufblähen, das verstehe ich auch. Aber ja, wie gesagt, wenn man halt irgendwie, wenn die Zahl 200 Millionen wirklich als offizielles Budget angegeben wird. Im Vergleich zum ersten ist es ein bisschen ist es ein bisschen, wirkt ein bisschen too much für eben das, was man vom ersten hat. Weil es auch ein Kammerspiel irgendwie ist, oder? Also Ark im Gericht, Ark im Gericht, Ark im Gericht. So, jetzt noch mal ein kleiner Spoiler-Part, liebe Freunde. Hans Zimmer ist wieder auf die Orgel gefallen. Ja. Auch mir ist eingefallen, über den Anfang können wir im Spoiler-Bereich dann doch auch sprechen. Ja, den fand ich schön. Ja, das war cool. Das wäre ja auch geil. Und da glaube ich auch, ist vielleicht so für mich ein Moment, vielleicht so eine kleine Falle, die uns da Todd Phillips gestellt hat. Weil vielleicht bezieht sich dieses Folie Adieu auf ihn und seinen Schatten. Auf ihn und seinen Schatten und nicht auf ihn und Harley Quinn. Also auf ihn und Joker dann. Ja. Genau, der Anfang ist nämlich zur Erklärung. Ich wollte gerade sagen, erklär mal. Ist so im Geiste der Warner Brothers Looney Tunes so eine kleine 2D-Animation. Total cool. So fängt der Film an und die Looney Tunes werden ja auch öfter hier rezitiert oder tauchen auch auf. Ist ja auch von Warner Brothers. Und da haben wir eben am Anfang so eine 2, 3, 5-minütige lang kleine Animationssequenz, wie er eben gegen seinen eigenen Schatten kämpft. Das heißt auch Joker und seinen Schatten. Also Joker versucht halt Arthur die Show zu stehlen quasi. Ach so, der Schatten aka Joker versucht Arthur die Show zu stehlen. Und klar, das kann man natürlich jetzt deuten als, das ist die eigentliche Folie Adieu, aber ich glaube schon, dass es eher die Harley-Nummer ist. Die Harley. Stehne halt mit rein in den Waren soll und so. Keine Ahnung. Aber es ist halt, ist trotzdem, ich fand's vom Stil einfach geil. Ja. So den Film anzufangen. Und ich auch. Moment. Und auch so. Und du siehst das erst mal auf 4 zu 3 und denkst, hä, was ist denn heute los? Ist was kaputt? Und dann ist das so eine Animationssequenz und denkst so, okay. Und auch stilistisch cool. Also nicht nur vom Inhalt, sondern auch wie sie es, sie haben es schon schön angepasst. Also viele Wiederholungen. Man hat ihn erkannt, also man hat gesehen. Dieses Mickey-Mausing immer, wenn Bewegungen kommen und wieder läuft, so richtig so. Ja, genau. Mit stolzer Brust und so. Das war schon geil. Ich weiß noch nicht, so Spoiler hast, aber es wurde auch ein bisschen zu viel Hand in Hand getanzt, ne? Also. Ja. Also Musical-Nummern ist schön und gut, aber wenn, dann möchte ich auch ein bisschen Variants und wie oft Harley und Arthur einfach nur ein paar Tanz gemacht haben. Joachim Lambi gefällt das wahrscheinlich. Mir nicht so. So, Spoiler-Teil. Ich glaube, die Leute werden schon sich an der Darstellung von Harley Quinn stören. Vor allem, dass sie jetzt quasi einfach nur als eben, ja, weiteres Übel, was auf Arthur eingeht oder einwirkt, irgendwie, sag ich mal, letztendlich rausgeht aus der Nummer. Ich glaube, das wird viele Leute, die treu den Comics sind. Ja, so an den Comics kennst du sowieso nicht. Ja, ja. Aber das ist dann auch die Frage, ne? Das ist ja ungedreht als in den Comics. Genau. Will man das jetzt auch wirklich dann mit dieser Comic-Logik oder beziehungsweise mit dem Comic-Vertrauen, mit der Comic-Nostalgie betrachten? Ich fand's okay. Ich finde den Ansatz kann man machen, so. Aber er widerspricht halt schon, glaube ich, dem, wofür Harley Quinn eigentlich steht und wie die Geschichte derjenigen ist. Ja. Das ist auch so ein bisschen Morbus Zack Snyder, der das ja auch immer in einem Film konstruiert und dekonstruiert, ne? Also, du könntest das DC-Zeichen auch weglassen am Anfang. Ja, eigentlich schon. Finde ich. Ja, klar. Ja, also, sag mal so. Du könntest auch Harvey Dent weglassen. Ja, genau. Du hättest ja auch beim ersten Batman weglassen können. Das ist ja, also, da finde ich, muss man gar nicht drüber wissen. Du kannst diese Geschichte auch ohne Joker erzählen, sondern mit irgendjemandem, ne? Also, das würde ich schon lassen. Das ist ja gerade cool. Und dann ist aber natürlich der Vorwurf, den sich dann auch Philips, glaube ich, schon beim ersten gefallen lassen musste, ist dann, warum ist das denn aber eine Comic-Verfilmung? Also, warum nimmst du denn aber zwei, und in diesem Fall jetzt zwei berühmte Comic-Figuren, ne? Also, du kannst es ja eins zu eins ersetzen und ich glaube, er würde halt für XY und Z nicht 200 Millionen kriegen, um diese Geschichte zu erzählen. Ist doch okay. Also, ich meine, der erste Teil war schon ein Risiko und dafür hat er schon eine Menge Geld bekommen. Der ist natürlich ein noch größeres Risiko und ich glaube, ich bin mal gespannt, was der macht. Der erste Teil hat über eine Milliarde eingespielt. Das ist auch der Grund, warum es einen zweiten Teil gibt. Ja, und Harley Quinn ist immer noch die dritterfolgreichste Comic-Figur von DC nach Batman und Superman. Oder war sie zumindest vor fünf Jahren, als ich das mal nachgeguckt habe. Ja, aber sie werden sie halt nicht kriegen, ne? Und wenn du halt da mit der Erwartung reingehst, ich gucke mir jetzt hier die nächste Margot Robbie an. Nee. Da bist du enttäuscht. Da bist du halt wirklich enttäuscht. Ja. Deswegen frage ich mich ja auch immer noch, was der Sinn und Zweck des Auftauchens der Harley Quinn war, weil sie verstärkt ja eigentlich nur, sie lässt ihn ja, wir sind ja im Spoiler-Teil, sie lässt ihn ja am Ende fallen. Sie lässt ihn mal in den Fallen. Weil er selber nicht mehr in dieser Fantasie drin ist, in die sie eingestiegen ist. Er hat... Sie möchte halt den Joker und er will Arthur sein. Ja, genau. Er hat aber gesagt dann, ja, ich bin aber eigentlich Arthur und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann finde ich dich jetzt scheiße. Und das ist aber eigentlich auch nur ein weiterer Teil, finde ich, dieses Punkt der öffentlichen Wahrnehmung und Glorifizierung. Aber warum braucht es dafür einen extra Charakter, wenn der Film das doch sowieso schon macht? Naja, ich glaube, das Ding ist halt einfach, es ist ja jetzt auch nicht irgendwie ungewöhnlich, dass Frauen sich zu irgendwelchen Serienmördern oder sonst irgendwas... Das war dieser Ted Bundy-Aspekt. ...hingezogen fühlen, dass irgendwelche Brieffreundschaften entstehen und sonst irgendwas. Es kommt demnächst noch ein Film ins Kino, der heißt Red Rooms. Dem geht's um ein ähnliches Thema. Den kann ich auch sehr empfehlen. Also guckt euch den bitte an, falls ihr jetzt diesen Spoiler-Porteparty gesehen habt. Aber nicht spoilern. Ich muss den noch... Nee, nee, aber guckt euch den auf jeden Fall an. Ich fand den gut. Ich fand den wirklich gut. Aber ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube, sie haben einfach gedacht, okay, ein Joker ist jetzt zur Galleonsfigur des Aufstandes, des Widerstandes geworden, hat Menschen umgebracht, live im Fernsehen. Was droht ihm? Er kommt in den Knast und ihm wird der Prozess gemacht. Wie kriegen wir jetzt eine Harley Quinn da rein? Und ich finde, dann ist es schon, sag ich mal, ein Motiv zu sagen, okay, wir haben hier eine Frau, die sich eben halt in den Wahn eines anderen reinsteigert, die irgendwie von eben, ja, diesem Serienmörder besessen ist von dieser Chaosfigur oder was weiß ich so. Und dann aber den Film danach zu benennen, nach diesem Phänomen zu benennen, aber darum geht es in dem Film eigentlich gar nicht so krass. Das finde ich auch komisch, oder? Würdest du sagen, dass es bei den Originalkomics eher darum geht, weil dann Joker überzeugt sie ja richtig davon. Sie, eine normale Frau, zieht sie ja richtig rein. Das macht er ja auch mit Gewalt, oder? Ja, genau. Hier kann er das nicht, weil der Joker vom ersten Teil ist ja kein aktiver, starker Charakter, der jetzt jemand anderen so runterziehen könnte. Und würdest du dann sagen, dass der Film eigentlich weniger folie adieu ist, als die Comicvorlage es eigentlich dann doch ist? Nö, der Film ist es, also der Film ist es schon. Also ihre Rolle ist es, finde ich, Sie lässt sich einweisen, um an ihn anzukommen. Das ist irgendwie realistisch? Nee, es ist nicht realistisch. Und was sie vorhin meinte, was ich nicht spoilern wollte, sie behauptet ja, oder sagt, sie sei von ihm schwanger und sie treffen sich ja dann und er fragt, bist du jetzt schwanger von mir? Und sie antwortet in einem Lied. Und da weiß ich nicht ganz genau, also mir war ja eigentlich klar, sie ist nicht schwanger, aber er sagt, hör jetzt auf zu singen, lass uns doch bitte sprechen. Und dieser Song, den habe ich nicht richtig begriffen. Naja, sie sagt ja zu ihm, du willst nicht in der Fantasie leben oder sowas in der Richtung. Und das ist für mich nochmal eine Verdeutlichung dessen, was wir am Anfang auch schon so ein, zwei, drei Mal verdeutlicht bekommen haben. Der Moment, wenn Arthur zum ersten Mal da in dem Fernsehraum sieht, dass er zum Tode verurteilt ist und dann anfängt zu singen, dann sieht man ja danach einen krassen Umschnitt und er steht wieder vor dem Fernseher und die Leute warten darauf, dass er antwortet. Und er hat sich ja nicht einen Meter bewegt. Also ist für mich alles, was an Gesang ist, eigentlich schon immer eine Fantasie. Und sie sagt ja die ganze Zeit, lass uns einen Berg bauen und so weiter. Und dadurch, dass sie halt singt und nicht mit ihm redet, ist sie gar nicht bereit dazu, sich auf ihn einzulassen, sondern nach wie vor will eigentlich nur die Fantasie. Sie will nur mit diesem Joker quasi das Ding der Unmöglichkeit schaffen. Anarchie. Genau, die Anarchie, irgendwas, die Leute irgendwie vor den Kopf stoßen, die Welt ins Chaos stürzen. Was weiß ich so. Also sie träumt von ihrem eigenen Ding und das ist für sie relevant. Und das würde ich sagen, spricht wieder eher für dieses Folie Adel, dass sie halt dann eben lieber in dem Wahn ist, als eben in der Realität. Und in der Realität würde sie reden. In Comics ist es ja ein bisschen andersrum, da ist es ja eher Grooming sozusagen. Ja, genau. Das ist, meine ich, mit dem eigentlich umgedreht. Ja, oder sie hat geantwortet, aber er hat mit seiner, wie auch immer die psychische Krankheit da dann jetzt groß ist, hört sie dann aber singen, weil er die Antwort nicht verkraften würde. Aber dann wird, und er sagt zu ihr, hör auf, ich höre, egal, okay, da deute ich jetzt wieder. Da kann man so viel, finde ich, aber das finde ich auch irgendwie cool, so, dass man nicht so genau weiß. Und das sage ich auch über das eigentliche Ende, weil wir haben das, das Urteil der Gerichtsverhandlung haben wir nicht zu Ende gehört. Das heißt, zwar schuldig, aber kommt er jetzt auf den elektrischen Stuhl, kommt er nicht auf den elektrischen Stuhl, das wissen wir nicht. Und das ist der zweite Punkt, den Philips da für mich irgendwie setzen möchte und der ist halt ein bisschen radikaler, weil er zum einen das Ende dieser Figur herbeiführt. Wir können ja ruhig spoilern hier. Ja, wir sind im Spoiler-Part. Voll im Spoiler-Part. Er führt das Ende der Figur herbei und ich weiß nicht, ob die Leute in der Erwartung reingehen, den Joker am Ende ... Für alle das heißt, er wird umgebracht am Ende. Ja. Am Ende dieser Figur. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich mit der Erwartung da reingehen, also dass der Joker am Ende blutend auf dem Boden stirbt. So. Und dann habe ich mich halt gefragt, das war doch abgekatert. Das war doch halt kein Zufall, dass der Typ halt einfach in diesem Flur war, sondern der hat den da gerufen, wer sollte ihn denn jetzt besuchen noch? Das würde ja wahrscheinlich eh keiner mit ihm reden. Und das war quasi ein inszenierter Mord. Ja. Weil man eben ... Weil vielleicht das Urteil nicht elektrischer Stuhl ist, sondern doch dieses ... Ich weiß nicht, wie es in Amerika heißt. Hier würde man sagen, Sicherheitsverwahrung. Sicherheitsverwahrung. Und zuerstens, sie haben ihn ja schuldig. Schuldig ist es auf jeden Fall. Sie erleben ja drei Schuldsprüche der Jury. Und dann merkst du ja auch wieder so einen Moment, Arthur hört gar nicht mehr richtig hin, weil er es nicht hören mag. Ich würde übrigens auch widersprechen, nicht der Joker liegt blutend am Boden, sondern Arthur. Okay. Es ist ja egal. Und der Joker ist übergesprungen in seinen Mörder, weil wir sehen ja ... Halloween-ends mäßig, meinst du? Wir sehen ja, wie der, der ihn umbringt, sich dann hinten im Hintergrund mit der Scherbe, mit der er umgebracht hat oder sich dann die Lippen aufschneidet. Und jetzt sag ich mal so. Also ist auch egal, wer der Joker ist. Hauptsache das Idol oder das ... Ja, die Figur lebt weiter. Ja, lebt weiter. Aber das war ja schon immer der Gag in den Comics. Die Joker ist eigentlich eine Figur. Das ist kein bestimmter Charakter. Der steht für irgendwas. Ja, genau. Für das Chaos. Eine Folie. Nicht Folie adieu. Eine Folie adieu. Folie adieu. Für das Unzähmbare oder keine Ahnung. Und ich fand das halt, dass er sich halt hier ... die Klinge reinpackt und das so langzieht. Ob das jetzt ein direkter Verweis auf The Dark Knight oder auf den Joker Dark Knight sein sollte oder nicht. Aber zumindest ist es im Geiste dessen und ... Man könnte jetzt einfach sagen, der Joker aus Dark Knight ist halt irgendein Joke. Das hat doch jeder ... Das hatte doch auch hier ... Jack Nicholson hatte doch auch aufgeschnittene ... Aber das hat er ja nicht selber gemacht. Der ist ja noch klassisch in Säure gefallen. Nee, der hatte nichts aufgeschnitten. Der ist einfach nur in dieses Exus Chemicals ... Das ist so viel Zeit, warum? Ja. Der ist nur in dieses Exus Chemicals fast gefallen und sah danach so aus. Heath Ledger hat sich die Narben gemacht. Danach, also so ... Wir wissen ja nicht wirklich, Das ist ja das Coole am Heath Ledger Joker. Wir wissen es nicht. Der eine sagt so, der andere sagt so. Genau. Aber ich sag mal so, das Coole ist das Coole. Schon zweimal wurde halt angedeutet, dass diese Narben halt quasi mit Messern da rein, mit einer Klinge irgendwie im Mundwinkel entstanden ist. Und jetzt halt diesen Typ im Hintergrund zu sehen, der sich das auch noch zieht, fand ich irgendwie dann doch ja, einen krassen Punkt. Und einen Punkt, der den Film vielleicht doch ein bisschen länger in Erinnerung hält, als wir jetzt irgendwie glauben, anhand eben der ... Anhand vielleicht eben nicht dieses großen Entertainments, was der erste vielleicht geboten hat. Also ich fand den ersten schon eine Runde entertainiger als eben den zweiten. Ja, da widersteht man Langeweile. Und ich frag mich halt, will Philips wirklich am Ende sagen, okay, wir haben keine Mittel und Wege, mit solchen Menschen umzugehen. Deswegen lassen wir sie irgendwie aus dem Weg schaffen. Es könnte aber auch ein weiterer Verweis sein, weil ja diverse echte, lebende Menschen auch im Knast umgebracht wurden von anderen. Also Leute, die in den Medien groß waren. Sowas wie Dahmer oder so. Der wurde halt auch im Knast erstochen zum Beispiel. Ja, aber ... Das ist auch wieder so ein Vergleich. Zufall, weil er sich in den falschen Personen angelegt hat oder war es initiiert? Weil den jemand Scheiße fand. Weil es gibt ja immer wieder Leute. Was hast du für Verschwörungstheorien? Nee, das meine ich ja. Der Polizist ruft ihn zu einem Besuchstermin. Genau. Ja, und wir fragen uns, wer soll den jetzt besuchen? Ja, im Film ist es eindeutig, also, keine Ahnung, ist es inszeniert. Da ist ja auch kein anderer, der aufpasst, dass das nicht passiert. Also es kann Polizist, kein Werther. Zufall sein. Eines glaube ich nicht. Ey, ein Thema des Films, was immer wieder angeklingt ist, that's life. Ja. That's life. Aber ich glaube gar nicht, dass Todd Phillips so weit mit Intention und so weiter operiert hat. Ich will ihm jetzt nicht völlig absprechen, dass er sich keine Gedanken darum gemacht hat, aber es wirkt manchmal halt auch schon so nach, das ist cool. Aber passt das Ende nicht, das haben wir ja gerade schon angesprochen, das passt doch total gut in dieses, der Joker ist nicht an eine Figur gebunden. Der hat sich jetzt losgelöst und steht bis nur noch ein Symbol. Ja, genau. Er ist das Symbol, das jetzt weitergeht auf den Nächsten. Der Nächste, der sich herauserkoren fühlt, das sein Erbe fortzusetzen und so weiter. Selbst wenn es den nicht gäbe, der würde ja weiterleben, weil jetzt die Idee wurde jetzt rausgespuckt und es ist auch wurscht, ob der Idolträger da noch lebt oder nicht. Und deshalb wird es Zeit für Batman in Gotham, weil der ist halt dann eben gewaltfrei, also beziehungsweise ohne Mord versucht. Aber ich finde den Schlusspunkt... Aber hier Joker ist ja nicht die CEU. Ist ja einer von... Nein, nein, nein. Genau, der gehört ja da nicht rein. Aber ich finde halt den Punkt schon irgendwie krass zu sagen, naja, du kannst einen Mann wie Arthur Fleck kann dieses System nicht mehr aushalten. Das geht nicht. Und das ist schon eine bittere Ansage an alle da draußen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, aber ich meine... Aber eigentlich hatten sie ihn ja... Der Film spielt ja zwei Jahre nach dem ersten und sie hatten ihn ja für die zwei Jahre gut ruhiggestellt und gut ausgehalten, das System. Bis es zur Gerichtsverhandlung. Ja, weil er dann wieder Aufmerksamkeit bekommen hat. Deswegen, wir können ja gar nicht mit Realität rangehen. In einem echten Leben hätte doch niemals er so ein Podium bekommen bei der Gerichtsverhandlung. Er hätte niemals... Leute, wir haben gerade über Ted Bundy gesprochen und habt ihr mitbekommen, was da passt? Er hat den Heiratsantrag einer Zeugin gemacht. Er hat sich selbst vertreten. Also bitte, das gab's schon. Und es ist anderes. Ich will gar nicht... Die Welt ist so... Ich will's wirklich nicht miteinander vergleichen. Aber es ist schon was anderes. Aber wir hatten vor einiger Zeit noch den Amber Heard Johnny Depp-Prozess. Genau daran hab ich auch gedacht, als ich diesen Film gesehen hab. Wo halt auch eine Frau, sag ich mal, der Welt zum Fraß vorgeworfen worden ist. Also dementsprechend... Ich weiß nicht, ob das unbedingt so viel besser ist, wenn man's durchdenkt, als eben, was früher mit Bundy geschehen ist oder sonst irgendwas. Also ich glaub, das zahlt alles auf diese Sensation oder dieses Spektakel mit ein. Ja, das ist so dumm. Ja, aber der Gedanke, ich weiß nicht, was du hast es vorhin gesagt, dass die Öffentlichkeit ja gar nicht richtig stattfindet. Also wir sehen ja Kameraaufnahmen, da findet also der Gerichtsprozess öffentlich statt, aber die Öffentlichkeit findet gar nicht richtig statt. Das finde ich den Punkt echt stark. Also den gebe ich auch dem Film, dass er halt zeigt, so diese Auswüchse nimmt es an, aber innerhalb schon des Gerichtssals und nicht noch draußen. Also ey, ich muss sehr unweigerlich an O.J. Simpson denken. Das ist ja nun, finde ich, der TV-Trial, den man so als Kind, der 1984 geboren ist, den hatte ich halt sehr präsent. Und ganz kurz, die Bombe, die dann explodiert, ist ja absichtlich, dass man nicht weiß, wer die gelegt hat. Wissen wir auch nicht. Das finde ich auch ganz gut. Also mir kam schon so vor, dass die beiden Leute, die den auch einsammeln, den Arthur, die sagen ja, die sagen wirklich, da hat jemand das gemacht, was wir auch machen wollten. Aber jemand anders hat die. Guck, das habe ich ganz anders verstanden. Ja, kann man ja erklären mit eben als Ergebnis dieser ganzen. Aber es war nicht Harley Quinn eindeutig und das ist auch ganz cool, dass das einfach. Und wenn ich die Frage beantworte, warum Harley Quinn in diesem Film ist? Ich bin richtig. Der Zynismus in mir sagt, natürlich, weil Lady Gaga in Duetts richtig geil klingt. Ja, und weil es halt dann schon irgendwo das Batman-Universum ist und ich weiß nicht, ich finde, das kann man schon. Kann man machen so. Kann man machen. Es passt halt in dieses Narrativ, was du ja eben auch meintest, dass Serienkiller oder Mörder generell irgendwie Groupies haben und dass das irgendwie damit dann bedient wird und das auch zur Gesellschaftskritik gehört und dass man dafür dann halt natürlich naheliegend Harley Quinn nimmt. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Und wenn wir das nicht zu groß denken, finde ich, dann funktioniert es ganz gut, die zwei. Aber man darf halt nicht zu viel Harley Quinn erwarten. und ja, Punkt. Also ich finde es auch okay. Man kann sie nehmen, aber es ist nicht. Aber ich glaube, wir werden noch ein bisschen über diesen Film hin und wieder mal diskutieren. Ich glaube, das wird noch passieren. Bin gespannt, was der an den Kassen macht. Ich denke mal, der wird schon ein großes Interesse erst mal erzeugen, weil jeder natürlich wissen will, wie es ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass erst mal ein Einbruch kommt, weil viele Leute enttäuscht sind, weil es eben nicht so ist, wie es beim ersten Mal war. Und ja, ich meine, der Film muss bei 400 landen, dann ist er halt immer noch gut bedient. mit der Milliarde, ich weiß nicht, ob sie alle mit der Milliarde rechnen. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn das jetzt noch nicht so lange her erscheint. Der erste ist ja nun von 2019, also vor Corona. Und da war halt nicht vier Wochen nach dem Kinostart iTunes und Apple. Aber ich glaube jetzt, bei dem... Der macht seinen Schnitt, das glaube ich auch, aber der wird nicht so performen wie der erste. So, vielen, vielen Dank, ihr drei, dass ihr mir hier noch bei dieser letzten Amtsaufgabe zur Seite gestartet habt. Ja, also nochmal, ich bin jetzt erstmal weg, ich bin am 17. wieder hier, aber natürlich versorgen wir euch in der Zeit mit voraufgezeichneten Items und Programmen. Und wenn ich noch eine kleine Werbung in einiger Sachen machen darf, hier die Retrofabrik hat zwei Hörspiele rausgebracht, Masters of the Universe, die Burg der Zeitlosen und im Netz des Bösen, basierend auf neuen Comics, die zu Masters of the Universe erschienen sind. Sag Daniel, sind das die, in denen man dich auch hören kann? Ich bin auch mit dabei, deswegen ein bisschen in eigener Sache. Ich bin hier bei der zweiten Folge, bin ich einer der Wächter von Lord Stratos, zusammen mit Sean David und deswegen wollte ich das hier mal vorstellen. Wie gesagt, mein Sohn hat das jetzt gehört, auch keine Berührungspunkte wirklich mit Masters und meinte, er findet es voll geil. Also, und das hat er schon gesagt, nachdem ich ihm Teil 1 gegeben hatte, wo ich nicht drin vorkomme. Geile Verpackung auch mal. Ja, gut, das sind die Mediabooks, dass ihr die hier sehen. Aber dass man sowas auch ins Mediabook bringt. Also ich finde, die Retrophobik hat hier ein paar echt, ich meine, und Leute, wir haben es eben schon gesagt mit Influencern und so weiter, ich bin eine ganz kleine Rolle, also ich nehme hier keinen großartigen Job weg, ich habe auch kein Geld dafür genommen und sonst irgendwas. Ja, und du kannst es halt auch natürlich. Ich wollte den Jungs, na, will ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ich wollte den Jungs aber auf jeden Fall einen Gefallen tun, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das machen durften und ja, vielleicht habt ihr Bock, sie haben sich auf jeden Fall echt Mühe gegeben, hier die Retrophobik-Jungs und ja, das wollte ich noch kurz erwähnen und jetzt bin ich raus und vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich, ja, am 10.10. oder aller spätestens am 17.10. und vielleicht bei allen anderen Videos davor und wir sehen uns wahrscheinlich dann schon. Ach ja, vielleicht sehen wir uns ja auch am 10.10. live bei der Dosenbeats-Party auf der Polaris. Oh, da, oh. Ja? Ich bin auch auf der Polaris. Siehste, dann kommst du auch zu unserer Party. Ja, okay. Also am 10.10. im Hamburger Docks gibt's noch eine Party von uns. Tim, Eddy, ich legen auf, glaube ich. Und wenn ihr Bock habt, schaut doch da auch nochmal gerne vorbei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.